jetzt bin ich echt mal gespannt ob der das hinkriegt hier mit dem bild und allem drum und dran servos liebe fünf freunde willkommen zu cinema und will aus liebe zum film ja ich hoffe dass jetzt alles klappt ich habe hier ein bisschen was umgestellt um eine bessere übersicht zu haben und erstmal natürlich einen schönen guten morgen an alle euch da draußen ich hoffe es geht euch gut und da gleich mal die frage wie passt das mit dem ton vom mikrofon her denn bei diesem shopping video was ich jetzt zuletzt aufgenommen habe im kaufland da war der ton etwas übersteuert hat mich sehr gewundert weil ich nichts getan habe am ton bezüglich des letzten live streams und da war ja alles in ordnung also könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben ob das mit dem ton passt dann regeln wir das auch schnell ansonsten begrüße ich euch mal hier im live chat ich habe jetzt irgendwie eine bessere übersicht weiß gar nicht warum ich das vorher nicht gemacht habe ich begrüße den afro jack dann wedges dann die keller monika wahrscheinlich mit ihrem mann zu hause servus er es manisila ist auch am start christi 383 michael hellmann und zapata ist am start ton ist super sagt ihr alles klar wunderbar da muss ich einfach mal gucken was es dann mit der aufnahme auf sich zu tun hat das ist dann wieder ein anderer regler aber solange jetzt alles passt ist alles wunderbar das freut mich natürlich der andy ist auch am start und in diesem sinne sage ich zuerst einmal brust und ihr wisst ja meine lieben freude mir sind mir und bumsen wie die stier ich bin gut drauf wie immer alkoholfrei obwohl es ja eigentlich irgendwie schon ein bisschen komisch ist dieser tage vom feeling her ich weiß nicht ob bei euch auch so viele flocken umeinander fliegen hier frühlings blütenstaub und was weiß ich nicht alles also bei mir draußen im garten beim alles voll der tisch du kannst nicht mal irgendwie fünf minuten was draußen stehen lassen schon ist alles voll mit diesem blütenstaub ich nehme gerade an diesem wochenende was auch für meinen zweitkanal nämlich kanal phänomenal ja so ein wochenende vlog video was man alles so isst und so trinkt und da startet dann an nächster woche am ersten mal so letzte woche freitag letzte woche samstag und letzte woche sonntag das geht drei tage also es wird ziemlich lustig werden ich habe die ersten zwei tage mir vorhin angesehen oh mein gott aber es ist einfach spaß und es ist unterhaltung wir haben ja viel zeit dieser tage und ich hoffe es gefällt euch also schaut auch da mal vorbei würde mich freuen und ihr seht es ich habe ein bisschen hier mein bayern trikot also t-shirt an und so weil mir die bundesliga auch echt abgeht ich weiß nicht wie es euch da so geht aber mir fehlt das dieses 15 uhr 30 dieses feeling keine ahnung und da wollte ich mal fragen ob ihr bock habt wenn es denn mal losgeht mit diesen geisterspielen beim fußball ob wir uns dann nicht gemeinsam treffen sollten zu einem live stream da lassen wir im fernseher laufen hier können wir dann miteinander quatschen und uns unterhalten schönen nachmittag miteinander verbringen wäre auf jeden fall cool könnt ihr mir gerne jetzt mal in die kommentare reinschreiben und auf jeden fall dann für morgen noch der hinweis morgen abend gibt es dann endlich den ersten live stream den ersten wochenrückblick live stream ab 20 uhr habe ich mir gedacht weil ich wollte es eigentlich draußen machen nur wie eingangs erwähnt dieser blütenstaub macht einen absolut fertig es ist absoluter wahnsinn und da habe ich keinen bock mein laptop mit rausnehmen weil darf ich dann fünf stunden später bestäuben wollte ich schon sagen entstäuben da ist da wirklich kein alkohol drin keine ahnung probier und auf jeden fall mache ich das eben später am abend damit mir die sonne hier nicht mehr genau ins gesicht knallt 20 uhr morgen abend auf jeden fall live stream wochenrückblick da reden wir dann auch noch über die ganzen filme wie inside und so weiter und so fort da gab es ja einiges an gesprächsbedarf war richtig cool und dann an dieser stelle noch den hinweis für donnerstag vielleicht habt ihr das wieder von mir heute morgen gesehen das früh früh shoppen video wollte ich schon sagen das shopping video vor lauter shoppen komme ich gar nicht mehr hinterher dass wir am donnerstag ab 20 uhr einen stream in den mai machen ja wer meine abonnentenzahlen auch ein bisschen verfolgt habe ich schon auch in den kommentaren gelesen dass ihr euch da freut dass demnächst das 5000 abonnenten special ansteht und ich habe mir gedacht was gibt es da besser als mit euch zusammen das gemeinsam zu feiern und auch mit ein paar meiner youtube kollegen ebenfalls freunde und wir wollen dann in den ersten mai streamen früher gab es tanz in den mai das ist ja leider verboten wobei wir können auch vor der kamera tanzen so ist es nicht aber wir wollen streamen in den mai zum jubiläum 5000 abonnenten und wenn wir es bis dahin noch nicht geschafft haben ja dann streamen wir so lang bis die 5000 impuls und an dieser stelle sei gesagt dass es da auch fünf gewinne gibt und die stelle ich euch zur verfügung als dankeschön für die treue unterstützung und wie gesagt dann verbringen wir hoffentlich einen schönen gemeinsamen abend am nächsten tag haben wir ja alle frei ist ja feiertag also ich hoffe dass alle frei haben und ja in diesem sinne können wir dann auch jetzt langsam mal starten mit dem früh shoppen ich gehe jetzt mal ganz kurz auf eure kommentare ein ihr seid ihr hier schon wieder mega fleißig voll geile sache ton passt hatten wir vorhin schon dann haben wir hier guten morgen guten morgen guten morgen guten morgen roger klein johannes walter ist noch dazu gekommen jürgen böcker wätschers prost mansela prost odessa james ist auch mit am start oh der ralf der porno rallye kriegt sie alle heißt auch am start das freut mich mega geil vielleicht ist er auch am mittwoch am start wäre cool ich habe das ja so geplant ne am donnerstag donnerstag ich habe das ja so geplant dass sich vielleicht auch ein paar leute immer wieder einklinken ausklinken es wird so ein reger tausch sein also seid gespannt hier geht es dann ab mit dem bvb schreibt oliver krause und jetzt am vater gleich wieder bayern jawohl ich finde es cool wenn es so gesittet abgeht ein bisschen spaß muss auf jeden fall sein ihr habt ein bisschen bock auch auf einem fußball stream also da schauen wir mal das werden wir definitiv auch im auge behalten ob wir das machen ansonsten morgen eben der wochenrückblick und donnerstag stream in den mai jo was haben wir denn sonst noch am start marco buhmann ist san pauli fan alles klar oder ist ali james beim fire stream bin ich gerne mit dabei oliver krause gute idee mir fehlen auch die filmbörsen tja nicht nur dir auch mir und ich bin mal gespannt wann es in dieser richtung weiter gehen wird also das wird auch hoffentlich bald hier zeitnah mal ein ende haben dass wir uns dann wieder gemeinsam treffen können in nürnberg und sonst was und ich sage euch alles mir scheißegal ob in deutschland irgendeine filmbörse stattfindet ich fahr dahin ist mir wurscht und wenn es 800 kilometer weit weg ist hauptsache wir haben wieder ein paar filmfreunde unter uns können uns unterhalten und wir haben definitiv nachholbedarf also das kann man sich dann auch auf jeden fall mal geben jo dann schreibt luka scholz wie geht es dir sinne manuel mit deiner familie in dieser schweren zeit also es geht eigentlich ein bisschen tricky ist das mit den hausaufgaben und den ganzen anderen kram hier alles unter ja einen was sagt man denn hut und dach dach und hut keine ahnung zu bringen aber es geht gutes zeitmanagement da passt es schon das wetter macht mich ein bisschen fertig nicht wegen der sonne sondern wegen dem pollen da habe ich auch allergie geht ja mein kollegen ziemlich auch nicht anders schöne grüße und gute besserung an dieser stelle und ja das macht ein bisschen fertig zieht ein bisschen runter ständig die nase und der hals und übrigens zum hals damit ich den noch ein bisschen hier öle habe ich noch ein bisschen apfelsaft mit honig und für die stimmbänder guter honig und von daher kriegt man das alles schon gemanagt und jetzt so nach und nach machen ja die geschäfte auch wieder auf und zwar nicht in bayern glaube ich im rest von deutschland und da werden wir dann auch mit sicherheit nachziehen und dann würde es denke ich mal so nach und nach wieder aufwärts gehen grüße aus duisburg noch von daniel simon und free sie schreibt noch film bürzen fehlen mir auch echt wie wenn die in meiner ecke echt bescheiden ist ja auch wenn es klein ist klein oder fein oder aber fein geht mir genauso und wie eben vorhin erwähnt wenn es dann wieder auf hat also egal welche veranstaltung thema film da wird es dann einige reisen geben und dann einige vlogs dazu und ich bin da schon richtig heiß drauf habe mich auch schon mit ein paar meiner youtube kollegen abgesprochen sobald wir wieder reisen dürfen dann treffen wir uns machen paar tolle videos und ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf jo dann johann eckschmidt schreibt noch hast du eigentlich noch kontakt mit micha er meint wahrscheinlich michas filmwelt der kontakt hat sich leider ein bisschen so ausgelebt auseinander gelebt muss man auch mal ganz klar erwähnen an dieser stelle ist aber nicht aus irgendwelchen bösen gründen oder weil was vorgefallen ist oder nicht jeder hat so sein eigenes päckchen zu tragen ihr wisst ihr das mit dem micha ja auch und auch bei mir war da nicht viel positives in der vergangenheit aber das ist privatsache das hängt man nicht an die große glocke und so hat jeder irgendwie selber mit sich zu tun gehabt und da lebt man sich manchmal auch ein bisschen auseinander aber da ist überhaupt nichts böses oder sonstiges irgendwie an der stelle ist manchmal im leben so und tja mal schauen was da die zukunft so bringt jo dann geht es weiter mit ja mit den lockerungen lassen wir mal weg entschuldige dass ich jetzt da nicht darauf eingehen wir wollen ein bisschen so thema film am start haben schaust du gerne anime fragt marcel kammern und ja ich habe es mal versucht in die richtung rein zu kommen und mich da so ein bisschen ja einzufinden dank meiner lieben kollegin auch und habe da so ein zwei sachen mehr angeguckt auch diesen vampire an die medien fand ich echt cool aber irgendwie habe ich dann wieder aus den augen verloren beim shoppen im kaufland hatte ich wieder so ein anime in der hand den habt ihr vielleicht im video gesehen girls und panzer da hätte ich vielleicht mal einen blick drauf werfen sollen aber ja ich dachte mir lass dir noch mal die finger davon ich werde nicht ganz warm damit schließe das thema aber auch noch nicht komplett ab also es war keine liebe auf den ersten blick auf den zweiten so ein bisschen alle guten dinge sind drei mal schauen wie es da so weiter geht jo fathion ist auch mit am start ich sage herzlichen wunderschönen guten morgen wir haben jetzt so fast viertel nach zehn uhr vom ganzen gequatsche kriege ich echt einen trockenen hals aber es ist auch dieser blütenstaub und der ganze rotz und wie im video angekündigt gestern wollte ich mit euch diesen lachend ist anstecken tag gemeinsam durchgehen nachdem ja die jokes so gut angekommen sind bei dem movie warriors und da wurde ich getrackt vom lieben kurt alias Godzilla fan 1990 und ja den tag ins leben gerufen hat mein lieber kollege der michael speyer und wir können das jetzt auch mal gemeinsam durchgehen ich muss mal gucken wie gesagt ich habe hier ein bisschen umgestellt und wollte wissen ob das jetzt alles so funktioniert ich kann jetzt hier mal eine bildschirmaufnahme machen da seht ihr euch vielleicht sogar im chat und ansonsten haben wir hier links davon dann die fragen und ich würde sagen wir legen einfach mal los ich tagge euch weil eure meinungen dazu hören und nachher können wir natürlich sowieso wieder zum thema film noch ein bisschen mehr zurückkehren hier geht es ja auch um das thema film eher in den comedy bereich und ich finde lachen hat noch niemanden geschadet deswegen starten wir jetzt einfach mal mit der ersten frage Kinder lachen über alles was ist deine früheste erinnerung an komik beziehungsweise an welche komiker erinnert oder begleitet dich am längsten ja das ist so die erste frage jetzt schaue ich mal dass ich wieder hier umschalte weil so ist es ja auch ein bisschen blöd von euch nur für euch nur die fragen zu sehen also Kinder lachen über alles was ist deine früheste erinnerung an komik das ist schon echt ewig lang her aber ich war schon immer ein lustiger bursche bin ich muss ich sagen und bin auch ein paar mal negativ aufgefallen in der schule aber die hatten einfach kein humor auch im kindergarten nicht für meinen geschmack und meine früheste erinnerung an komik und welche komiker mich am längsten begleitet ich denke da geht es vielen älteren von euch genauso das ist bei mir otto und didi hallervorden lese ich hier bei odessa lee james und genau die beiden sind es otto und didi hallervorden mit denen bin ich aufgewachsen und ich habe mich kaputt gelacht und kann heute noch wirklich über die filme lachen und bei otto ist es so da eher die älteren filme die neueren filme gefallen mir nicht so aber wenn er live irgendwie auftritt mit dem programm gucke ich immer noch gerne an vor allem wenn er dann wieder die hunderttausendste variation seines hänseln und gretel songs spielt und immer auf aktuelle themen oder songs eingeht finde ich super ich meine welcher comedian kann sich einfach so hinstellen und der braucht gar nichts sagen und das ganze publikum lacht und singt sogar seine lieder ohne dass er irgendwie irgendwas macht es ist einfach genial und didi hallervorden war genauso war zwar immer diese blöde klamauk aber der hat sehr oft gut getan und ja war auf jeden fall sehr sehr gut zum schluss hin hat er ja ernstere rollen jetzt angenommen passt auch er ist ein super schauspieler aber ich mag den komiker didi hallervorden sehr sehr gerne und das war dann so meine erste frage jetzt springe ich mal nicht über zu diesem bild sondern gucke was ihr hier noch mit rein schreibt nämlich zur ersten frage habt früher johnny english gesehen echt okay manny silla schreibt klar otto odessalie james sagt auch noch ja genau an die erinnere ich mich immer wieder und auch heute noch gerne björn k meine frühesten erinnerungen ist didi hallervorden otto hp kerkeling jerry lewis hp kerkeling habe ich erst später kennenschätzen und lieben gelernt jerry lewis mag ich auch sehr sehr gerne habe ich aber auch erst später so kennengelernt und der andy schreibt auch otto frisi ist mit peter sellers groß geworden und über den kann er sich noch tot lachen jürgen von der lippe ist auch also das ist eine meiner absoluten top favoriten schreibt markus hier habe ich aber auch erst später kennenschätzen und lieben gelernt vor allem mit seinem bühnenprogramm ich habe jedes bühnenprogramm und ziehe mir das auch sehr oft rein manchmal bin ich faul hole nicht die dvd gucke mir die videos auf youtube an gebe ich auch zu und von dann daher passt jürgen von der lippe auch sehr zu mir oliver krause schreibt bud spencer und taron sill nonstop nonsense wird hier noch vorgeschlagen marco buhmann ist mit dick und doof groß geworden also nicht mit dick und doof groß geworden ich kann jetzt nicht falsch verstehen oh gott ich rede mich hier um kopf und kragen dann geht oliver krause auch mit didi in konform wir haben jerry lewis benny hill benny hill auch sehr sehr geil hab mich tot gelacht rodney dangerfield habe ich auch erst später kennengelernt ab und zuletzt erst wann war das letzten monat oder vorletzten monat ein film mit ihnen angeguckt sehr sehr geil kann ich mich auch tot drüber lachen stan and ollie monty python klim bim und so weiter also man sieht es richtige leute hier am start mit einer guten portion humor und auch ganz nach meinem geschmack jo dann gehen wir weiter zur frage 2 ich werde das jetzt nicht mehr umblenden das ist ein bisschen blöd machen wir es einfach so frage 2 lautet stand stand up oder kabarett banal oder politisch worüber kannst du eher lachen jo über den zocki und seine performance bei den movie warriors mit deinen mutterwitzen nein aber das war echt genial stand up also definitiv stand up wobei ich kabarett auch cool finde volker pispers finde ich grenz genial schade dass der man nichts mehr macht der hatte super sachen am start auch eben unser dieter nur finde ich auch super den kann ich auch stundenlang ansehen und anhören der hat so diese unaufgeregte art auch wenn ich das komplette gegenteil bin von ihm vielleicht mag ich deswegen als ausgleich so ein bisschen aber die nur so mit seiner ruhigen art und seinem sehr intelligenten witz und humor den mag ich sehr sehr gerne aber ansonsten stand up comedy die kann durchaus voll banal sein auch hier wie wie heißt der eine noch immer mit weiße weiße und so der immer nur frauen witze und stories erzählt aber ich meine jeder der eine beziehung hatte verheiratetes oder sonstiges der kann sich da sehr gut wieder entdecken in diesen witzen und humor da kann ich drüber lachen und ansonsten ja michael mittermeier fand ich früher super stark hat aber auch leider stark nachgelassen des weiteren jetzt eben auch jürgen von der lippe happy kerkeling wenn die so stand up comedy program ich könnte mich wegschmeißen das gucke ich echt sehr sehr gerne dann schauen wir mal was ihr dazu sagt ihr der michael sagt stand up comedy wenn es gut ist sogar beides sagt der money dann haben wir odessa lee james mit ausbilder schmidt ja ich mag nicht alles von ihm aber es gibt durchaus ein paar sachen die über die kann auch ich sehr gut lachen dann haben wir trockenen humor beim jürgen grünwald beste sagt der zapata odessa mario bat kurze fix genau so hier ist der gute ist leider nur noch ein rtl affe ja hat stark nachgelassen aber ich fand seine anfänge und ding ich habe mich einfach bepisst vor lachen weil ich mich einfach darin wiedererkenne und jeder wie gesagt der in der beziehung steckt hatte freundin frau sonstiges und dann die ganzen stories hier über diesen da kannst du dich wieder entdecken und du kannst einfach nur drüber lachen ich bin auch mal hier rumgelaufen und habe alles aufgeschrieben erzähl weiter ich werde jetzt stand up comedian aber irgendwie hat sich das ganze verflogen jo keller monika schreibt die tanur schauen wir auch gerne und ich persönlich liebe caroline kebekus die finde ich auch voll gut vor allem weil sie einfach so frei schnauze alles raushaut kein blatt vor den mund nimmt und ja eine der wenigen damen ist die ich persönlich auch lustig finde ich tue mir da ein bisschen schwer aber zum beispiel wie heißt die monika gruber heißt die monika gruber die gruber doch über die kann ich auch noch lachen allein schon wegen dem bayerischen akzent und dem ganzen ja das ist für mich auch toller humor dann haben wir noch dave chapelle hier von freezy babadouk schreibt heinz erhard und marcus krebs schreibt björn k und seine lachwitze ja ganz klar ich bin auch voll der fan davon die witze sie sind eigentlich so banal und so und es zündet nicht jeder aber so trocken wie der typ das rüber bringt du kannst dich bepissen vor lachen wenn er dann auch weint ja der würde auch von der glücksfee gemobbt oder so es ist einfach nur geil atze schröder fand ich früher auch persönlich sehr geil hat auch ein bisschen von seinem glanz verloren aber wo der frosch die locken hat und so weiter und so fort der hat auch sprüche raus gehauen das war richtig geil das hat mir sehr gut gefallen auch für diesen humor bin ich empfänglich also für klugen humor für banalen humor ich kann eigentlich über sehr viel lachen oder über sehr viel lachen auch über mich selbst morgens im spiegel ja wobei das sehe ich immer ein bisschen zerknittert aus in letzter zeit ich müsste mich auch mal wieder rasieren aber ja man muss auch über sich selber lachen können das wollte ich noch sagen und widme mich jetzt wieder mal euren kommentaren hier und hier wird noch netflix angebracht das finde ich ein bisschen schade ich fand das voll geil wo früher immer so sehr viele ja so diese roasts auch rauskommen gekommen sind von den schauspielern wo die veräppelt wurden und auch über sich selber gelacht haben dann die ganzen stand up comedy programme auch die von kevin hart fand ich super geil also das hat mir auch sehr gut gefallen oliver krause schreibt ebenfalls hier atze schröder und äh der filmangler ist auch am start einen schönen guten morgen politisch oder banal es muss einfach passen ich bin derselben meinung bisschen pipi kacka humor geht auch immer ja kommt auf die stimmungslage an manchmal passt manchmal passt einfach nicht ist doch einfach so Thorsten Sträter finde ich zur zeit noch sehr gut kenne ich persönlich jetzt aber nicht aber werde mir das definitiv mal im auge behalten und ähm jenny ist am start ja servus guten morgen ich wurde zu diesem tag auch getaggt cool dass du ihn live durchgehst dann kannst du gleich mitmachen dann kannst du dir ein video sparen nein spaß machen video würde mich äh freuen vorhin erst erwähnt und schon schau mal her kaum gerufen schon da nein spaß äh Marco schreibt noch kennst du eigentlich herr holm der ist auch sehr witzig und cool äh wenn ich den irgendwo sehe ist äh immer wieder köstlich nein herr holm kenn ich jetzt persönlich nicht aber dafür machen wir ja das ganze um vielleicht noch den einen oder anderen unbekannten comedian für mich zu entdecken auch wenn er schon jahrelange Programm macht aber ich gehe eh mit so vielen Sachen hinterher was willst du da großartig machen jo odessaly james schreibt am anfang war bülent scheland noch richtig gut fand ich auch gut vor allem wenn er diesen Mannheimer Dialekt so äh reingehauen hat und ich konnte auch sehr gut über seinen Kollegen lachen wie heißt er noch hier der den Erkan immer gemacht hat oh und den Ranjit und oh live fällst dir einfach nicht ein aber ich wette ich kann es hier gleich nachlesen im chat man wie hieß er denn alter weiß ich nicht aber über den konnte ich auch lachen ja rtl samstag nacht war früher auch genial ja das fand ich auch äh genial ähm sehr geile zwei stühle eine meinung oh mein gott was haben wir gefeiert mirko nonchef äh hieß der so ich glaube schon ähm genau über den konnte ich auch so mega lassen äh lachen das war so mein heimlicher favorit kentucky schreit ficken und dieses ganze zeug ich fand es nur noch köstlich und kaya jana hier haben wir es danke so hieß der gute Mann jo ähm bevor wir jetzt mit der dritten frage weitermachen muss ich noch mal ganz kurz ah meine stimmbänder hier ölen ah ich brauche noch was von dem Apfelsaft mit dem Honig mhm oh guter Honig jo dann machen wir weiter mit frage nummero drei Appelt oder Erhard magst du lieber böse und gemeine komödie oder lieber schelmisch harmlosen spaß böse ich mags böse ich mag auch böse mädchen nein spaß ähm magst du lieber böse und gemeine komödie mag ich natürlich schelmisch harmlosen spaß es geht auch intelligenter wird wie wir gesagt haben auch Dieter nur aber auch der hat ab und zu so ein paar richtig böse sprüche am start gefällt mir sehr gut also von daher ähm ja ganz gerne böse ich mag den Appelt auch ähm ich weiß viele können damit nichts anfangen aber wie gesagt bei mir ist es je nach äh Stimmungslage und vor allem wenn er die bundesmutti nachmacht da könnte ich mich bepinkeln verlassen das ist richtig geil er kann ja auch so sehr viele ähm Politiker nachmachen mit den Stimmen verstellen und klingt dann auch so richtig ordentlich hat ne Klappe der labert dir ein Loch im Bauch also noch schlimmer als ich und ich finde ihn echt geil und finde ihn lustig hat auch ein bisschen von seinem Glanz verloren aber definitiv da kann ich drüber lachen jo ähm sieben Tage sieben Köpfe ja das war auch noch richtig äh geil klimbim kannte ich aber ich kann mich nur noch sehr wenig dran erinnern jetzt klingelt es an meiner Tür aber tja Pech gehabt wir sind live hey guckst du kein YouTube oder was ja die Wochenshow war auch cool mit Rickys Popo Sofa ja genau man das habe ich ja schon fast vergessen ganz geil richtig richtig cool genau Appelt ist langweilig schreibt Odessa Lee James da seht ihr mal so unterschiedlich sind die Geschmäcker haben wir aber auch beim Livestream festgestellt mit den Witzen Michael Hellmann mag beides Björn K mag auch beides der Mann hier sagt Heinz Erhard war auch nicht immer harmlos das stimmt ich mag beides schreibt die TV Freak Lady sowohl böse als auch freundlich kann man jetzt auch wieder zweideutig verstehen Postbote nein am Sonntag klingelt bei uns der Postbote noch nicht vermute ich mal nein nein so weit ist es noch nicht bei uns jo zack Komedie nach Mars machen wir weiter mit ähm Frage Nr. 4 Witz komm raus wie gefallen dir Comedians die einfach nur da sitzen und Witze erzählen Fips Asmussen Markus Krebs etc hatten wir ja vorhin schon also Markus Krebs der bringt das so trocken rüber und richtig geil so diese Kneipensitze dieser Kneipen Style äh können wir ja hier so fortführen beim Frühschoppen Finde ich richtig gut muss passen Publikum muss auch mitmachen ich finde es so übel wenn sich einer wirklich anstrengt und dann hast du da so ein humorloses Publikum aber es hängt ja natürlich auch von Comedian drauf äh ab oder an wenn es nicht schafft das ganze rüber zu transportieren ist es ein bisschen schade aber ganz klar das macht mir Spaß jo hier geht's weiter dann mit euch im Chat und zwar mit den Quatsch Comedy Club schlägt der Andi noch vor das fand ich auch richtig cool wo so Nachwuchs Comedians ähm aufgetreten sind und auch Bekannte äh fand ich richtig geil da kommt die Kohlensäule wieder hoch entschuldigung Markus Krebs ist super am besten finde ich Torsten Sträter Torsten Sträter das muss ich mir jetzt mal aufschreiben so Torsten Sträter den muss ich nachher mal kugeln aber dafür sind wir ja da oh meine Fresse so wieder nach hinten was ich hier nicht alles wieder für Zettel hab böse Comedy jo böse 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 Comedy dann machen wir weiter mit Frage Nummer 5 lachen am laufenden Band welche Sitcom magst du am liebsten und warum tja jetzt wird's lustig ich bin gespannt was ihr dazu sagen werdet meine liebste Sitcom das wissen sowieso alle ist und bleibt immer noch eine schrecklich nette Familie das fand ich mega 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 geil vor allem die Sprüche die damals rausgehauen wurden dieses politisch unkorrekte Freischnauze einfach nicht drüber nachdenken das gab es so nirgendwo zuvor und wird es auch in der heutigen Zeit leider auch nicht mehr so geben Al Bundy ist einfach absoluter Kult wie der immer genervt reingekommen ist seine ja zuletzt kommt eine fette Frau in den Schuhladen und fragt mich nach etwas das sie tragen kann irgendwas war dann die Antwort ich weiß es leider nicht mehr aber seine diese fette Frauenwitze die fand ich lustig die Franzosenwitze die fand ich lustig die Frauenwitze im Allgemeinen fand ich lustig dann das ganze hier mit dem Blondine mit seiner Tochter mit der Kelly mit den ganzen Verehrern seiner Tochter wie er sie immer hier und das ist unser Treppengeländer das ist unser Ding dann der notgeile so ein Bad Bundy meine Fresse was habe ich gefeiert Großmeister B das war richtig geil Peck Peck war auch so ein geiler Charakter du hast dich kaputt gelacht wo er dann reingekommen ist und sie sitzt auf der Couch und so Au El und er so was ist los Peck hast du eine Couch Entzündung es war einfach nur so feierlich geil wie er immer drangesessen ist Hand in der Hose Pferdbedienung dran oder aufs Klo gegangen ist mit seiner Zeitung und No Ma'am die T-Shirts die Nebencharaktere waren geil also dieser erste Mann von der Marcy den fand ich nicht so gut aber der Jefferson dann später und dann wie hieß denn noch der Farbige der mit ihm dann im Schulladen gearbeitet habe ich weiß nicht mehr aber das das war so geil zum Schluss so die letzte Staffel hat ein bisschen an Glanz verloren gehabt aber ansonsten ihr merkt das von El Pandya die schrecklich nette Familie war einfach nur der absolute Hammer ich denke ich muss auch nicht mehr erklären warum das meine Favoriten Ding ist es gab ja noch den Abklatsch ich lese gerade hier ein Herz und eine Seele war das das mit den Typen der unten diesen Teddy hatte wo der Teddy mit ihnen gequatscht hat und der hatte auch eine Tochter einen Sohn und mit der Frau war er auch nicht so ganz konform irgendwie aber kenne ich auch noch kenne ich auch noch was geht hier ab jetzt bin ich hier geht es richtig geil ab im Chat aber alle sind bei mir El Bandi schrecklich nette Familie King of Queens wird hier genannt fand ich auch cool ich bin allerdings mit dieser Carrie nie warm geworden ich weiß dieser Kontrast muss bestehen damit ja das ganze hier nicht alles so Friede Freude Eierkuchen ist aber die war mir irgendwie immer zu blöd vom Charakter her ich fand den Afer fand ich noch mega geil bei King of Queens und den Dax sowieso super sympathischer Typ und auch der Darsteller mega cool aber ansonsten ja wie gesagt hatte ich mit der ein bisschen so meine Probleme oder Silly James hat hier einen ganz anderen Ansatz immer er mag nämlich überhaupt keine Sitcoms das einzige was er mal sehen konnte war echt El Bandi ansonsten heute noch absolut undenkbar dass heute noch sowas rauskommt Dirk Bach wird hier auch noch erwähnt RIP an dieser Stelle habe ich auch sehr gerne gemocht fand den auch immer super sympathisch und der hatte doch da mal so eine Sitcom auch mit Flora die Fledermaus ich weiß nicht ob ihr das kennt die fand ich auch nicht schlecht Scrubs war nice schreibt Freezy jetzt springt er mir hier blöd umher also seid nicht böse wenn ich irgendwas hier überspringe Two and a half man haben wir Patrick Rapana schreibt er hier mit Martin Sheen und der Hufschmidt ist zwei Häuser weiter schreibt der Manni die zehn Gebote von El Bandi das war richtig geil TV Freak Lady schreibt die Nanny eine schrecklich nette Familie die Nanny Fran Drescher und ihre Mini Rücke ja die habe ich auch geliebt aber jetzt nicht so sehr wegen dem Humor sondern es kam gerade in dieser Pubertät Zeit rein läuft glaube ich aktuell sogar auf Amazon Prime wenn ich mich nicht recht täusche und da fand ich den Butler so cool bei die Nanny mit Fran Drescher und wie er sich mit dieser anderen Blonden da immer so gegeben hat und zum Schluss den die zusammenkommt war ja eigentlich klar was ich nicht das liebt sich aber die Sprüche die die beiden sich immer umher gepfiffen haben die fand ich richtig geil war übrigens auch so der Butler von Prince of Bel-Air oder from Bel-Air ich weiß gar nicht mehr mit Will Smith da fand ich den Butler auch richtig köstlich dann machen wir weiter mit Family Guy bei Kevin Aßmann dann haben wir noch hier die Keller Monika schreibt Sibyl ich schmeiß mich immer wieder weg ihre beste Freundin Marion nur mit Drink in der Hand und plant ihren Ex-Mann umzulegen Sibyl kenne ich leider nicht dann aber wie gesagt ich kenne so viele Serien nicht da dürfte überhaupt nichts drauf geben ich werde keinen irgendwie beleidigen oder sonstiges vor allen Serienwelt da bin ich irgendwie die der ganze falsche Ansprechpartner Prince von Bel-Air wird hier Full House hör mal wer der hör mal wer der hämmert war auch richtig cool habe ich auch sehr genossen Tim Allen auch so als Schauspieler ich finde der hatte viel zu wenig Filme ich fand den immer super sympathisch und auch ja mein Lieblingsweihnachtsmann sozusagen dann haben wir noch das Schicksal es ist das Schicksal jedes Mannes er wird gefangen von einer Frau deren Rock zu kurz ist wie die Lebensspanne des Mannes den sie gefangen hat bester Spruch dann machen wir weiter mit Steve Jefferson bei ERS und dann jetzt springt er mir hier wieder um einander Simi ist auch am Start schönen guten Morgen du Penner hör mal wer der hämmert genau mit der heißen Tochter okay also wir wissen schon worum es hier geht genau dann geht es hier weiter Frühstück machen und so weiter und so fort dafür sind wir ja hier Family Guy und sowas ja diese Zeichentricks her schaue ich auch gerne ich mag South Park sehr ich mag Family Guy sehr ich mag immer noch die Simpsons sehr auch wenn sie sehr viel von ihren anfänglichen Humor verloren haben und ja Humor Simpsons leider nur noch eine Witzfigur geworden ist fand ich ein bisschen schade was sie daraus gemacht haben aber auf Disney Plus kannst du dir jetzt die allerersten Folgen anschauen und ich gucke das auch ein bisschen mit meinen Kids und mein Sohn feiert vor allem den Bart und diesen ganzen Schmarrn den er immer in der Schule abzieht mit Direktor Skinner und so und auch die Streiche in der Bart in der Bar wo sie bei Mo immer anrufen und dann immer sagen ja ist Lass Miranda denn sie will ja da ich find's so geil macht auf jeden Fall mega Spaß Beavis und Butthead habe ich früher auch geguckt das war cool Mike und Molly wird hier noch vorgeschlagen von TV Freak Lady Futurama und die Simpsons genau hatten wir früher auch so jetzt muss ich gucken wo waren wir überhaupt Frage 6 6 ist immer gut auch in der Schule bloß als Note nicht Wiederholungstäter welche Sitcom Komödie Show hast du deutlich mehr als einmal angesehen und lachst trotzdem immer wieder die Frage ist auch wieder schnell beantwortet das war eben eine schrecklich nette Familie und ich denke die hatten wir dann auch so was lese ich damit Alissa Milano jetzt komme ich schon wieder raus Concentration Concentration genau Sitcom Komödie Show eine schrecklich nette Familie die Deutschen können das nicht erlautet die Frage 7 welche deutsche Sitcom magst du oder magst du überhaupt nicht also hier wird schon vorgeschlagen in der Frage übrigens ich glaube ich habe die Fragen sogar hier in die Infobox mit rein getan falls ihr wollt macht mal einfach drunter klappt mal auf klappe auf Manuel klappe zu die Camper alles Atze und so weiter und so fort alles Atze habe ich vorhin schon erwähnt fand ich anfangs sehr cool hat mir Spaß gemacht ansonsten deutsche Sitcoms bin ich nicht so groß warm geworden es gab mal ganz 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 früher in der ARD so eine Sitcom drei Männer und ein Bett oder wie das hieß ich weiß nicht ob das eine von euch noch kennt da waren irgendwie so drei Typen im Krankenhaus der eine war ein Simulant der andere die anderen beiden waren glaube ich wirklich krank und sie hatten auch so einen Krankenpfleger der Gary der hat sich immer zu gekifft die fand ich lustig aber ich weiß ums Verdecken nicht mehr ob die jetzt drei Männer und ein Bett oder drei liegen im Krankenhaus hieß falls das einer von euch kennt das schreibt es mir hier rein und das ganze gibt es aber leider glaube ich auch nicht irgendwie auf DVD oder so falls doch bitte 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 schreibt mir das das würde ich definitiv sehr sehr gerne noch mal sehen so dann widme ich mich jetzt mal euren Vorschlägen was hier noch alles fällt Ritas Welt hatte nette Momente die Camper wird ja noch gesagt das Amt auch echt witzig das Amt das kenne ich glaube ich drei Männer und ein Baby ja vielleicht verwechsel ich das auch wieder weiß ich weiß nicht Josephine Mutzlmacher ich breche ab ja geil darauf ein Ding Stromberg ja genau daran einen Apfelsaft mit Honig Stromberg fand ich am Anfang auch sehr gut ja stimmt aber irgendwie hat er dann irgendwie hat er dann seinen Reiz das für mich verloren gehabt aber anfangs habe ich das auch geguckt den hatte ich schon voll vergessen also danke 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 machen wir weiter mit Numero 8 Dümmer geht immer wie stehst du zu albernen Klamauk aller Didi SketchUp und Co haben wir vorhin schon erwähnt Didi mochte ich sehr sehr gerne SketchUp natürlich dadurch auch und ich finde dafür hat sich die Frage für mich dann eigentlich auch erledigt das hatten wir jetzt im Vorfeld eigentlich schon ein bisschen so vorweg genommen als wir da losgelegt haben und von daher denke ich können wir da auch recht flott drüber gehen ich warte jetzt aber einfach mal die Zeit ein bisschen ab wir haben ja dieses 25 Sekunden Delay und bin mal gespannt ob ihr hier vielleicht noch was raus haut in dieser richtung zu albernen Klamauk HP Kerkeling wie hieß denn eigentlich der Film mit ihnen Samba in Mettmann oder wie war das eigentlich ich weiß es gar nicht mehr Didi ich hätte gerne eine Flasche Pommes ja genau ich mochte den Film wie hieß denn ein Film mit Didi wo du diesen Lkw Fahrer da gespielt hat den fand ich nicht schlecht der war echt cool aber ich habe keine Ahnung mehr da muss er doch so ein Auftrag fahren und er hat doch hinten irgendwie glaube ich so komische Fässer hinten drin ich habe keine Ahnung mehr aber den fand ich cool der war richtig so nach meinem Geschmack Harald und Eddie waren absolut genial das beste aus Bayern fast wie im richtigen Leben wie steht ihr eigentlich zu Hubert und Staller jetzt leider nur noch Hubert ohne Staller kennt das jemand von euch ich finde die beiden richtig geil Christian Tramitz ist ja hier mit dabei ich weiß nur nicht wie der andere hieß Italiener würden sagen Fatsche Di Cazzo aber den fand ich allein schon vom Anblick her so geil seinem Partner schade dass der nicht mehr mitspielt hat dadurch auch sehr viel an Reiz verloren die Serie aber ich finde es noch cool vor allem weil die Bullen da noch grün waren und nicht blau also vom der Uniform das passt zur Natur viel besser irgendwie auch die Autos und so ich mag dieses blau weiße nicht also finde ich irgendwie total schrecklich also mir hat das Grüne besser gefallen wobei ich immer verzichten könnte den Typen hier zu begegnen aber wenn es denn sein musste ich fand grün cool Hausmeister Krause Geil Hausmeister Krause fand ich auch cool hatte ich auch jetzt schon vergessen aber seht ihr deswegen wollte ich diesen live chat machen weil ich bin mir sicher in dem Video hätte ich so viel vergessen zu sagen und im Nachhinein hätte ich mir gedacht hättest du das noch gesagt und das noch gesagt und dann wieder über die Kommentare zu kommunizieren ich komme eh schon kaum noch hinterher da finde ich es besser dass wir das hier so in einen Livestream machen und hier haben wir es auch schon Didi auf vollen Touren hieß der Film mit dem LKW genau vielen Dank liebes Grüße aus der Lederhose ja mit Peter Steiner kennt jemand noch das Theater von Peter Steiner das fand ich auch immer sehr gut Theater Stadel so hieß das genau das wird man aber glaube ich eher nur in Bayern irgendwie kennen ja Hausmeister Krause das war schon lustig jo machen wir weiter mit Frage Nummer 9 Quatsch Deluxe Wie stehst du zu übertriebenen cartoonhaften Humor a la Klim Bim oder Benny Hill also an Klim Bim habe ich nicht mehr so die Erinnerung aber Benny Hill fand ich echt geil ich habe mich kaputt gelacht vor allem wo er den alten da immer hatte dann mit der Glatze und oben immer so auf die Glatze da oben drauf außerdem waren dann immer ein paar scharfe Frauen mit dabei muss man auch sagen das hatte natürlich als pubertierender Junge und auch heute noch so seinen Reiz und den Klamau fand ich echt cool vor allem die Musik dann die immer eingespielt wurde und das ganze so ein bisschen so schnell überdreht abgelaufen ist aber die Ideen die Ideen Vielfalt und der Humor einfach ohne Texte ich meine er hat ja auch nie groß irgendwas da hier erzählt ist genauso wie Mr Bean die Leute zum Lachen zu bringen ohne überhaupt ein Wort zu sagen das ist für mich ganz 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 hohe Kunst und das mag für die anderen total Blödelei sein aber ich finde es gibt nichts besseres als die Leute zum Lachen zu bringen vor allem das als Job noch zu tun mega geil sind wir froh dass es solche Leute gab und immer noch gibt und von daher mag ich Benny Hill mag ich total voll gerne lesen wir mal weiter wie es bei euch im Chat so abgeht ach du liebe Harry darin geht es um Hasen Mr Theo Mensch Olli die ist auch immer cool wo er da betrunkenen Bademantel in den Imbiss reinkommt ah ja 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 genau Mr Bean ja haben wir gesagt Babadook findet Benny Hill voll nervig das Intro war klasse ich komme jetzt hier ein bisschen durcheinander aber bin aus Nordrhein-Westfalen ich kenne Peter Steiners Theater Stadel und auch Olli ist auch Theater wow krass Benny Hill ist ein Klassiker schreiben die anderen Andi auch Benny Hill war mega tutti frutti wird hier noch vorgeschlagen mit Hugo Egon Balder oder war das mit Hugo Egon Balder ich weiß nicht war immer abgelenkt ne doch vertausch ich das grad tutti frutti doch 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 war schon lecker Olli war damals auch gut aber heute musste man mal wieder kücken war ein paar nächste Brüste dabei der einzige Grund zu sehen Ditsche geht es weiter Palim Palim eine Flasche Pomme Samstagnacht tutti frutti und vergessen das beste was RTL jemals gesendet hat ach ist das herrlich seht ihr so macht der Sonntagmorgen doch Spaß oder ist ja Irre Carry On die Filmreihe aus Highland England Heiligsblechle genau Monty Python Monty Python mag ich besonders ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben welchen Film ihr da am liebsten hattet es gibt ja also das Leben des Brian für mich aber der beste Film die Ritter der Kokosnuss und ich bin eh so ein Kokosnuss Fan aber den Film finde ich einfach zum wegschmeißen geil vor allem mit diesen einen schwarzen Ritter wo ihn da den Arm abschlägt und da den einen Arm und dann den Bein und dann das andere Bein und dann er kommt zurück ich werde dich blenden das ist nur eine Fleischwunde ich könnte mich jetzt noch mit pissen vor allem als sie das dann mit diesem trojanischen Pferd machen aber es voll verkacken und der andere nur so Gott ist mir schlecht und mit diesem Typ auf der Brücke der Brückenwärter und so mit der Frage ja was ist das was ist das und zack rüber mit diesen Kanickel das rum geflogen ist es es ist echt geil also Monty Python die Ritter der Kokosnuss fand ich geil das Leben ist Brian auch geil jeder nur ein Kreuz nennt mich Loretta aber du hast doch gar keine Mumu jo also da war schon einiges am Start gewesen jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet ich lasse euch mal noch ein bisschen hier schreiben und ich nehme noch einen Schluck mhm Apfelsaft mit Honig so dann können wir jetzt weitermachen und zwar ja Ritter der Kokosnuss der Schwarze Ritter ihr kennt es voll geil müsste man mal wieder gucken musste man mal wieder gucken und eine Filmbesprechung machen das wäre doch mal eine geile Review warum macht man keine Reviews zu Comedies oder so Comedy-Filme. Ist irgendwie total rar gesät, ja? Also könnte man auch mal machen. Markus schreibt, guten Morgen, guten Morgen, liebe Sorgen. Sorry. Der Killerhase, genau. Das war richtig geil. Der schwarze Ritter gibt niemals auf. Ja, bei Ritter der Kokosnuss. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Genau, ihr kennt das alle. Ach, das freut mich, das freut mich, dass ihr hier so mit am Start seid. Eben auch mit diesen Filmen. Und war auf jeden Fall geil. Jetzt sind wir irgendwie total abgedriftet. Kommen aber perfekt zur nächsten Frage. Nämlich 10. Very British. Die Briten haben einen ganz eigenen Humor. Kannst du damit was anfangen? Ja, wie man sehen kann, kann ich definitiv. Also, wir haben eben Monty Python, dann Mr. Bean. Habe ich eigentlich auch so ziemlich jede DVD von ihm. Guck mir auf YouTube das gerne an. Guck das gerne mit den Kindern. Die lachen sich auch kaputt. Und wie gesagt, für mich ist das sehr hohe Kunst. Er ist auch sehr intelligenter Mann. Und es gehört auch jede Menge Intelligenz dazu, Leute mit den einfachsten Mitteln zum Lachen zu bringen. Er war auch nie so übermäßig drüber vom Humor her. Sondern es hatte immer auch noch einen gewissen Stil, finde ich. Und allein dieses Gesicht. Da musst du ja schon lachen, wenn du es nur gesehen hast. Da geht es dir einfach schon wieder besser. Und diese ganzen vielen Jokes, wo er sich damals im Park auch dieses Sandwich gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und er so dran nimmt und das Brot nimmt. Und ja, dann hat er dieses Salatblatt. Und dann nimmt er seine Socke raus mit dem Salatblatt. Wickelt er es so umeinander. Dann wedelt er es trocken. Dann da drauf. Dann mit dem kleinen Fisch, wo er es so drauf hat. Und dann so hört. Meine Fresse. Oder im Schwimmbad. Oder... Also es ist unfassbar, wie viel geiler Humor bei Mr. Bean am Start ist. Aber... Scheiße. Wie heißt denn... Wie heißen denn die anderen da mit den... Die anderen Briten, die dann später rausgekommen sind. Mit dieser Vicky Pollard, wo die Vicky Pollard immer da... Mit diesem rosa Trainingsanzug. Und der eine saß doch immer im Rollstuhl und hat immer gesagt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Mir fällt es jetzt wieder nicht ein. Oh, jetzt gucke ich mal in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr das schon. Little Britain. Na also, sage ich doch. Auf meine Zuschauer und Abonnenten ist verlass. Little Britain. Ja, Mann. Das suchte ich. Da sind auch so viele geile Sachen. Aber ich bin eine Lady. Und mache nur Lady-Sachen. Ja, habe ich mich verletzt. Und dann die eine Annie mit ihren... Ah, das ist schon ein richtig geiler Humorgefest. Also, ich denke, wir haben die... Antwort auf diese Frage jetzt auch geklärt. Kommen wir zur Frage 11. Parodie ist die aufrichtigste Form der Verehrung. Wie stehst du zu den Persiflagen in Filmen? Zum Beispiel Scary Movie, nackte Kanone, Hotshots und Fernsehform wie etwa Switch. So. Scary Movie mag ich total gerne. Bis auf den zweiten irgendwie. Der war mir einen Tick zu blöd. Was hatten wir noch? Nackte Kanone liebe ich. Ich habe auch die Serie geliebt. Fand ich mega geil. Und nackte Kanone ist so genau mein Humor. Ebenso wie Hotshots. Grenzgenial. Ich liebe die Filme. Ich habe ja eine riesengroße Spoof-Sammlung, die ich bis jetzt immer noch nicht präsentiert habe. Ich glaube, ich sage das jedes Mal in jedem Live-Chat oder in jedem Ding, wenn wir hier dran sind. Es kommt noch ein Video mit. Für, wie heißt es, ja, meinen Spoof-Filmen. Jetzt schreibt wahrscheinlich dieser Mehmet Mehmet wieder. Ja, es kommt noch ein Scary Movie 3000 irgendwas nächstes Jahr raus. Alter, das ist so geil. In den Kommentaren. Weiß nicht, ob das euch auch schon aufgefallen ist. Aber ich lasse einfach. Lass. Ist schon cool. Ist ja für den Algorithmus auch nicht schlecht, so ein Kommentar. Mag ich sehr gerne. Spoof-Filme liebe ich. Und da werde ich mal noch näher drauf einsteigen, wenn ich euch endlich mal meine komplette Sammlung vorstelle. In der Form und Switch. Switch fand ich okay. Es gab ein paar coole Sachen. War mir aber teilweise zu blöd. Bin ich ganz, ganz ehrlich. So. Machen wir weiter. Mit dem Chat. Wo war mal der Computer sagt? Nein. Geil, dass ihr das auch kennt. Von den Little-Britain-Leuten. TV-Freak-Lady kennst du auch. Daniel Krüger ist auch am Start. Guten Morgen. Die beste Folge für ERS von Mr. Bean ist mit den Muscheln und Sylvester. Michael findet alle lustig. Leslie Nielsen. Bester Mann. Hotshots. Baseballs. Baseballs. Agent 00. Natürlich kenne ich Agent 00. Der Robert ist auch am Start. Guten Morgen, Robert. Servus. Und dann ein Fisch namens Wanda wird hier noch vorgeschlagen von TV-Freak-Lady. Ich habe den mal gesehen, aber ich kann mich echt absolut kaum noch dran erinnern. Ist ein bisschen komisch. Ja. Auf der Flucht verarsche mit Leslie Nielsen ist auch nicht schlecht. Genau. Schnellflittchen und die sieben Zwerge. Ich glaube, der war damals aus der Erwachsenenabteilung, oder? Aber das hatten wir ja schon zuletzt bei den Movie Warriors mit diesen lustigen Porno-Titeln, die sich an echte Filme anleihen. Helden in Strumpfhosen. Auch super witzig. Und die Reise in einem verrückten Flugzeug. Klassiker, genau, habe ich auch zu Hause. Und es gibt noch so viel. Meine Frau, die Spartaner und ich, der ging noch eigentlich. Die Zehn Gebote gingen auch noch. Überhaupt, alle Spoof-Filme haben ja am Schluss immer so Movie zum Schluss American Poop Movie oder was weiß ich was für ein Movie, Date Movie und was weiß ich. Da gibt es ja unendlich viele und die habe ich so gut wie alle in meiner Reihe. Allerdings nur auf DVD, weil das reicht bei solchen Filmen. Da würde ich auch meiner Meinung nach nie upgraden. Und hier haben wir noch die Mad Mission Reihe vorgeschlagen und das Mr. Bean Weihnachtsfest. Jo, dann machen wir weiter mit Frage Nummer 12. Ohne Worte. Braucht man Humor für viele Worte? Oder kannst du dir auch über nonverbale Komik wie Pantomimen, Clowns oder Stummfilm-Sketche lachen? Also, hatten wir vorhin nonverbale Komik. Eben Mr. Bean, Benny Hill und so weiter und so fort passt. Aber ich kann nicht über Pantomime lachen und ich kann auch nicht über Clowns lachen. Absolut irgendwie. Finde ich eher total nervig. Stummfilm-Sketche, ja. Aber Pantomime und Clown, no. No go. Also, da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt und eure Kommentare hier zum Thema Pantomime, Clowns und Stummfilm-Sketche. Yo. Ich muss jetzt hier dann, währenddessen scrolle ich mal hier noch ein bisschen runter. Wo sind wir denn? Wir sind bei Frage Nummero 12. Ho. So, Frage Nummero 12 und erst und schon 11 Uhr. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Kevin Smith als Silent Bob ist ja auch ein geiler Vorschlag. Schön, schön. Äh, American Pie. Ach, das war vorhin noch. Alles klar, Robert kann über sowas nicht lachen. Dann haben wir noch Charlie Chaplin vorgeschlagen von Babadook. Yo. Hab ich aber auch schon lange nix mehr davon gesehen und hab auch absolut nix in meiner Sammlung. Muss ich echt zu meiner Schande gestehen. Ähm, Patrick Rapana, Clown und Paddy Mimi ist schrott. Hahaha. Der Robert braucht zumindest einen dummen Spruch. Ja, da bist du bei meinem Livestream definitiv richtig. Äh, Dick und Doof oder Charlie Chaplin wird hier von Knuddelknut. Geiler Name auch noch, äh, vorgeschlagen. Buster Keaton kommt hier auch rausgehauen. Hatte auch schon der Money vorgeschlagen. Und, äh, ja, die kleinen Sträuche kommen hier noch rein. Der stumpfe, die stumpfe Folge bei Alf. Wow, an die kann ich mich eigentlich so gut wie gar nicht mehr dran erinnern. Und wir haben zuletzt Alf eigentlich geguckt, aber nicht bis zum Ende. Wann war denn die? War denn zum Ende hin dann, oder? Weil die ersten Folgen haben wir schon durchgeguckt. Nonverbal geht schon klar. Pantomime ist schwierig. Wobei, bei den Movie Warriors ist es gut. Hahaha. Sehr gute Antwort. Sehr gute Antwort. Da passt einer auf. Sogar ich vergesse nicht, Idiot. Naja, der große Diktator mit Charlie Chaplin, die drei Stooges, the Monsters, kommt hier noch raus. Okay, also man sieht es durchaus, aber es muss passen. Und ich glaube, wir sind uns einig mit Pantomime und Clowns wird es eher schwierig. So, dann, was machen wir als nächstes? Ohne Worte 13. Zu zweit ist man weniger allein. Welches Comedy-Duo oder Gruppe magst du am liebsten? Ähm, was gibt es denn für ein Comedy-Duo? Ich wüsste das jetzt nicht. Also, früher war ich, fand ich das eben bei dieser RTL Samstag Nacht geil. Diese zwei Stühle, eine Meinung. Ähm, diese Olli und Olli. Hießen die Olli und Olli? Ich glaube schon, auch die Lieder, die sie da gesungen haben, die fand ich auch nicht schlecht. Ähm, hat mir gepasst. Aber was gibt es denn für ein Comedy-Duo? Gibt es so irgendwie eins? Ich wüsste das jetzt irgendwie nicht. Jetzt bin ich mal bei euch. Oder Comedy-Gruppe, Comedy-Gruppe. Hm, keine Ahnung. Also, da bin ich jetzt irgendwie, äh, überfracht. Harald und Eddie. Hm, mhm, mhm. Abbott und Castello. Ja, okay. Aber ist alles nicht so, wo ich jetzt viel gesehen habe. Laurel und Hardy. Okay, jetzt komme ich mit. Ähm, äh, Monty Python. Ja, natürlich, okay, wenn man das als Gruppe, ähm, annimmt. Die zwei aus Stiefbrüder. Hahaha. Mike und Thomas. Gottschalk und Krüger. Geil. Gottschalk und Krüger habe ich auch ein paar Filme. Äh, Piraten-Sender. Powerplay. Äh, oder die Super-Nasen. Ne, Zwei-Nasen-Tanken. Super. Irgendwie so. Und, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, wo sie da reingezogen worden sind in diese Filme. Das fand ich auch nicht schlecht. Äh, dann kann man natürlich, wenn man das als Comedy-Duo nennen kann, Bud Spencer und Terence Hill, denke ich mal, kann man auch, äh, dann dazu zählen, wenn ihr soweit möchtet. Erkan und Stefan. Ah, ja. Ja, fand ich früher geil. Shitim. Bin ich sogar mal mit einem Kumpel am Fasching gegangen. Ja, ich war Erkan und er Stefan. Fand ich echt nice damals. Ähm, Harold und Kuma. Ja, ist jetzt von den Filmen her. Ja, 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 aber kann man, mag ich auch sehr, vor allem den dritten Teil, wo es um Weihnachten geht. Ähm, richtig geil. Dann haben wir, ähm, Harold und Eddie. Okay. Toto und Harry. Eveline Hamann und Loriot. Wobei Loriot irgendwie nicht so meins irgendwie war. Es liegt aber daran wahrscheinlich, was ich auch gar nicht viel von ihm gesehen habe, aber ich fand den irgendwie nicht so, der war mir nicht so sympathisch, muss ich sagen. Genau. Weil, äh, Humor hat auch sehr viel mit Sympathie zu tun und da lacht man dann auch gerne über den Menschen, wenn er einen sympathisch ist. Und das war bei Loriot bei mir nicht der Fall irgendwie. Also, ist leider so. Äh, Iris Bärben, Dieter Krebs dafür. Aber Dieter Krebs, den fand ich, äh, äh, äh. Ich war, kennt ihr noch das Lied? Santa Margarita Nobile di Monte Pulgiano. Ich hab's einmal gehört und konnte sofort den Titel. Keine Ahnung, wieso. Und ich kann's heute noch. Fällt mir gerade auf. Äh, Dieter Krebs war geil. Jo. Ähm, dann hatten wir noch Beavis und Butthead. Okay. Dick und doof. Jo. Nebelleiche. Auch ein geiler Name. Ist ja. Äh, hat Tom Gerhard und Hilmi Sözer von Bannermann 6 zum Beispiel. War cool. Mundstuhl. Ja, richtig. Mundstuhl. War auch nicht verkehrt. Konnte ich auch drüber lachen. Der Piggy. Und Tom Frey. Alter. Ihr seid doch kaputt. Ehrlich. Was ist los mit euch? Lodio. Kann ich nix anfangen außer Wurm und Wendelin. Jo. Also, Gott sei Dank bin ich da nicht alleine hier. Ich weiß, das ist für manche eine Beleidigung, irgendwelchen Kultstatus. Aber es ist einfach so. Wenn man da nicht warm wird damit, was soll man sich da groß in die Tasche lügen? Wir haben außerdem jetzt noch hier Badesalz vorgeschlagen und Polt und Schneeberger sagt mir jetzt leider nichts. Didi und Helga Feddersen, Harald Junke und Grit Bettker. Harald Junke war auch so einer, der paar Mal konnte ich drüber lachen, aber so im Großen und Ganzen war es nicht so meins. Sausage Party. Später. Dumm und dümmer. Ja, dumm und dümmer. Dieses Duo, das war auch brutal geil. Simon Peck und Nick Frost ist auch ein cooles Duo. Muss man sagen, die Cornetto Trilogie ist absolut Kult. Macht megamäßig Spaß. Da sind wir. Guter Vorschlag. Hatte ich auch schon wieder vergessen. Seht ihr es? Bully Herbig. Der Rick. Den Nachnamen kann ich bis heute nicht aufsprechen. Und Christian Tramitz. Was muss der auch so schwierige Nachnamen haben? Peck und Frost sind der Hammer. Sieht man, kommt bei euch auch sehr gut an. Marv und Harry aus den Kevin. Allein zu Hause. Ja, die waren auch geil. Die waren auch richtig cool. Harald Junge und Eddie Arendt. Dann machen wir weiter mit Frage Nummero 14. Wer zuletzt lag? Welchen Comedian hast du dir zuletzt angesehen? Und wie hat dir der Auftritt gefallen? Also live habe ich in der Tat eigentlich nur Mario Barth und Atze gesehen. Weil viel mehr haben sich zu uns nach Augsburg nicht getraut. Schaut irgendwie, finde ich ein bisschen schade, während ich hier noch Donald Trump und seine Frau lese. Also Comedian bei mir, ich glaube Mario Barth oder Atze. Atze war live richtig geil. Ich habe mich kaputt gelacht. Mario Barth damals auch. Ich habe Freudenträgen gelacht. War richtig cool. Und mehr kamen hier irgendwie nicht in die Ecke. Fand ich ein bisschen schade. Und mal gucken, wann da mal wieder was in der Richtung geht. Dann kriege ich eine Frage hier noch gestellt. Von TV Freak Lady. Kennst du Bob's Burgers? Bob's Burgers. Was meint sie denn damit? Wir haben hier Bob's Bar in Augsburg. Meinst du das? Ich weiß jetzt nicht. Ich bin jetzt irgendwie total rausgerissen. Dann haben wir noch Charlie Chaplin. Über den konnte ich in der Stummfilmzeit sehr gut lachen. Ist eine Kindheitserinnerung bei Marco Buhmann. Und dann haben wir noch was zu live. Stermann und Grießmann sagt mir jetzt persönlich irgendwie nichts. Hab Ralf Rute und Thorsten Sträter live gesehen zuletzt. Richtig geil. Bob's Burger ist geil. Kam oft mit Family Guy. Hä? Also ich vertausche hier gerade wieder was. Okay, aber es macht nichts. Es macht nichts. Habe zuletzt Helge Schneider live gesehen. Die Hose ist jetzt noch nass im Schritt. Helge Schneider fand ich zum Teil auch richtig geil. Mit den Filmen bin ich nicht so richtig warm geworden. Aber ansonsten hat er auch ein paar geile Auftritte live gehabt. Und auch wenn er irgendwo zu Gast war. Ich fand es richtig cool. Und er hat es auch immer so krass durchgezogen. Und ein paar Lieder sind auch richtig komisch. Nur wie gesagt mit den paar Filmen, wo er da hatte. Da bin ich irgendwie nicht so richtig warm geworden. Und ja, Karl Dall und Jux und Dallerei. China White for President. Bob's Burger ist eine Zeichentrick-Sitcom. Läuft auf Comedy Central. Und wir haben hier Bob's Burger in Bob's Bar direkt schlägt gegenüber. Und er hat hier mehrere Bars in und um. Augsburg ist sogar nach München expandiert. Und deswegen war ich jetzt total irgendwie verwirrt. Tut mir leid. Aber kannst du ja auch nicht wissen, dass es sowas gibt bei mir. Mundstuhl hatte ich mal live gesehen. Das ist lange her. Schreibt Blade78. Aber die waren auch echt super. Georg Karlin habe ich mir wieder reingezogen. Richtig genial gewesen. Der Kerl sagt mir jetzt irgendwie nichts. Aber können wir ja auch mal im Auge behalten. Die Cleveland Show oder American Dead ist ebenfalls geil. Gibt der Andi jetzt hier noch zum Besten. Und ich glaube, damit sind wir aber mit diesem Live-Themen-Programm durch. Und können zur Frage 15 kommen. Wer anderen eine Grube gräbt. Punkt, Punkt, Punkt. Magst du Prank-Videos? Und welcher Prank ist deiner Meinung nach der gelungenste? Welchen kann man gut zu Hause nachmachen? 1. April. Jo. Prank-Videos mag ich. Aber nicht alle Videos. Also man sollte die Leute auch nicht so gar irgendwie verletzen oder sonstigen schmarrn. Das finde ich ein bisschen blöd. Ansonsten erschrecken ist cool. Bisschen verarschen ist cool. Macht mir Spaß. Ich gucke auch sehr viel gerade so ein paar Amerikaner an. The Bell Life. Ich glaube nicht, dass es jemand von euch kennt. Aber auf YouTube könnt ihr mal eingeben. Die machen sehr viele Tastings. So ganz kaputte Tasting-Videos. Und haben sich gegenseitig auch mal geprankt mit diesem Carolina Reaper Chip. Den anderen so irgendwie unten drunter reingejubelt. Und wenn ihr mein Video dazu auf Kanal Phänomenal gesehen habt, wo ich den auch mal probiert habe. Den schärfsten Chip der Welt. Wow. Und wenn du da mit Bewusstsein reingehst und schon so halber stirbst. Wenn du den unbewusst mal ins Essen gemischt bekommst. Das ist ein echt übler Prank. Also kann man aber nachmachen. Würde ich aber definitiv davon abraten, so einen Prank zu machen. Das ist wirklich übel. Wenn man die Schärfe im ersten Moment überlebt, ist okay. Aber danach, bei mir kam es oben, hinten, vorne raus. Es war der schrecklichste Nachmittag aller Zeiten. Das wünsche ich nicht bei meinem ärgsten Fight. Jo. Machen wir weiter mit dem Chat. Prank-Videos finde ich furchtbar. Schreibt Odessa Lee James. TV-Freak-Lady findet Pranks zwiespältig. Marco Bumann ist jetzt noch bei den Filmen. Und mit Thomas Gottschalk. Das überspringe ich jetzt mal kurz an dieser Stelle. Ihr könnt euch da ja gerne weiter im Chat unterhalten. Aber ich möchte jetzt hier so die Fragen durchgehen. Zahnpasta unter Türgriff. Schreibt Michael Elman. Kelarmonika mag auch keine Pranks. Also man sieht es, dass das nicht so gut ankommt. Wie gesagt, ich habe da auch so teilweise meine Probleme damit. Es gibt ein paar lustige Pranks. Aber so im Großen und Ganzen bin ich da schon bei euch. Auch Zapata findet Pranks Schmutz. Und hier haben wir einen Freund der Pranks. Nämlich Blade78 mit Prank mit Ashton Katscher. Findet er lustig. Und ich habe das tatsächlich ausgesprochen, ohne mich zu versprechen. Wahnsinn. Ein Schluck drauf. Nicht alle Pranks schreibt der Manni noch. Dann... Scheiße, Alter. Jetzt schreibt der Robert wieder einen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Aber er findet definitiv eine ganz lustig. Welchen Namen ihr meint, könnt ihr im Chat nachlesen. Oh Mann. So ist das. Und ich glaube, wir sind uns da einig, dass es so ein bisschen, wie man liest, eben zwiespältig ist. It's a prank, bro. Es gab ja auch die Prank-Bros, die aber auch viel Fake-Sachen durchgezogen haben. Und dann haben wir noch Odessa Lee James mit. Leute mal etwas in den April schicken. Ist ganz lustig. Aber man sollte es nicht so übertreiben. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mal... Oh, da war ich noch in der Lehre gewesen. Da habe ich meinen Chef damals in der Brotzeitpause in seinen Kaffee... Er hatte sich schon eingeschenkt, den Kaffee in seine Tasse. Und da habe ich ihm mal Gurkenwasser, das war so rumstand von diesen Essiggurken und so, im Pausenraum. Habe ich ihm mal ein Stück reingeschüttet. Das war am 1. April, das weiß ich noch ganz genau. Und der kam dann, war voll gestresst und hat an dem Teil angezogen. Ja, der Rest war nicht so lustig. Deswegen mag ich vielleicht diese April-Scherze nicht. Vor allem für den Lehrling. Ach ja, sollte man nicht machen, wenn man in so einer doofen Position ist. Aber ich bin eigentlich immer für einen Scherz zu haben. Und fand das in der damaligen Situation eigentlich ganz witzig. Aber jetzt glaube ich, würde es mich gar nicht mehr trauen. Irgendwie nicht. Trigger Happy TV war ganz cool. Mo schreibt, manche sind echt cool, manche aber auch nicht. Babadook schreibt, Comedy Street mit Simons. Helge Schneider ist privat, auch so wie im Fernsehen. Was sagst du zu den Fake Pranks? Ja, taugen wir nicht. Jetzt auf YouTube wohl gang und gäbe mit diesen Fake Prank Kanälen und so weiter und so fort. Prank Bros, da sind wir uns auch einig. Prank, schon wieder dieser Arsch-Tritt-Name mit Super Mario. Okay, Prank live auf MTV. Fand Jodie in ein Colt für alle Fälle mega geil. Hat mich einige Taschentücher gekostet. Patrick Rappan, Alter. Jo, jo, bin ich bei dir. Man darf nur nicht übertreiben. Jo, so. Jetzt sind wir wieder geerdet. Und beim Thema Pranks und so weiter. April-Scherze und so weiter und so fort. Wir hatten ja den 1. April jetzt hinter uns. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche April-Scherze gemacht? Ich fand diese Scherze ganz cool, wie gesagt, bei den Simpsons, wo er immer angerufen hat in der Bar und immer ausrufen hat lassen, wie vorhin schon gesagt, lasst mir ran da, denn sie will ja immer ran. Ich weiß diese anderen Sachen gar nicht mehr, aber ich fand diese Wortspiele immer grenzgenial. Kann man mal machen. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir auch hier mit diesem Thema durch. Kommen wir zur Frage Nummer 16. Top 5. So, Top 5. Jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. Da bin ich auch gespannt. Bei diesen... Jetzt hat er mich wieder rausgebracht. Scheiße, ich darf nicht auf den Chat gucken. Warum mach ich das überhaupt? Wir sind deine 5 Lieblingskomiker. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um Comedians, Autoren oder Schauspieler handelt. Jo. Hätte man vorher eine Liste anfertigen müssen, so live raus. Jetzt kann ich bestimmt wieder 5 aufzählen und dann schreibt ihr was in den Chat. Und ich sag mir, ja stimmt. Jetzt müssen wir die Top 5 wieder ändern. Aber definitiv Jürgen von der Lippe. Ganz, 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 ganz vorne mit dabei. Dann Mr. Bean, wie schon vorhin erwähnt, auch ganz, ganz vorne mit dabei. Kann ich mir immer anschauen. Ed O'Neill als Ed Bundy, wobei ich ja auch die neue, ja diese Sitcom, diese richtige Sitcom ist es nicht, ihn auch da super geil finde. Und auch mir hier wieder der Name nicht einfällt, obwohl ich jede Staffel sogar im superschönen Tegelbook habe. Aber manchmal ist das so, vor allem wenn man live ist. Ihr schreibt Eddie Murphy hier noch rein. Ist auch cool. Ja. Ja. Jerry Lewis. Könnte man auch sagen. Ich habe sehr, sehr viel über ihn gelacht. Ob Otto dazu zählt. Aber Otto müsste man schon in die Top 5 reinbringen. Also, ihr seht es Jürgen von der Lippe, Otto, so auch deutsche Comedians, Stand-up-Comedians mag ich irgendwie sehr. Komiker, Schauspieler Jim Carrey müsste man da auch definitiv dazu zählen, was ich über diesen Mann schon gelacht habe. Ah, das ist einfach Wahnsinn. Der hat auch sehr viel, ja, für Erheiterung gesorgt. Im Hause von Cinemanuel und immer wieder hochgezogen. Müsste ich mir auch mal wieder reinziehen, paar Filme mit ihm. Bin gespannt auf Sonic, der ja demnächst rauskommt. Also, von daher habe ich mich jetzt so ein bisschen verloren. Aber ihr habt es ja vorhin schon gehört, was mir so alles gefallen hat. Und deswegen würde ich mich jetzt einfach mal so, ja, euch ein bisschen hier mehr widmen im Chat. Dafür machen wir ja auch den Live-Stream, um das gemeinsam hier durchzukauen. Und fangen wir einfach oben an mit Wilma Eierkraulen. Ach so, das war der. Ich dachte, was ist denn das? Was ist denn das für ein Ding? Ja, genau. Eddie Murphy, fangen wir hier an. Babadook. Dann Harald Schmidt fand ich früher immer ganz gut. Und Rab hat früher auch am meisten unterhalten. Ich fand den Rab früher auch sehr, sehr witzig. Gebe ich auch zu. Ähm, dann geht es weiter ebenfalls mit Eddie Murphy. Dann haben wir noch Otto Walkes. Äh, dann haben wir Modern Family. Der Name, der mir nicht eingefallen ist. Mit Ed O'Neill. Super geile Serie. Mag ich sehr, sehr gerne. Wobei da mein Favorit der Dampfi ist. Also der Vater, der... Ah, Phil Dampfi. Oh, ich könnte mich bepinkeln über den. Richtig geil. Dann geht es hier weiter noch mit Otto. Ähm, Modern Family. Danke nochmal, Manni. Mittemeier. Thorsten Sträter. Also Thorsten Sträter habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Hey, oh ne, scheiße. Ich muss jetzt hier gucken, weil hier ist mein Bildschirm und da ist die Kamera. Ähm, werde ich mir mal geben. Danke für den Tipp. Tanny oder was weiß ich. Caroline Kebekus, Jürgen von der Lippe, Otto, Mario Barth, Mr. Bean. Also, die Monika hat die wie aus der Pistole geschossen hier. Ähm, direkt am Start. Ihre Lieblings, ihre Top 5 Lieblings-Comedian, Schauspieler und ja, Leute, die sie gerne zum Lachen bringen. Dann haben wir weiter mit Adam Sandler. Beim Benni, äh, Dieter Nuhr. Ja, finde ich auch super. Jim Carrey, Eddie Murphy, Dr. Cox-Darsteller aus Scrubs, die Griswolds, Chevy Chase. Ja, das passt so sehr gut zusammen, was Patrick und Zapata hier zusammenschreiben. John Candy, meine Güte, ja, den habe ich auch so gerne gesehen. Ah, und Chris Farley, der Dicke, ja, ähm, aus, wobei wir schon bei der Dicke, darf man jetzt auch wieder nicht sagen, etwas beleibtere. Aber es ist Comedy und was soll man da immer so mega politisch korrekt sein? Also vor allem im Comedy-Bereich, äh, John Candy, sehr witzig. Aber Chris Farley auch, ähm, Beverly Hills Ninja und auch Black Sheep. Ich habe das immer mit diesem Black Sheep, diesen Horrorfilm-Vertausch gehabt. Oder Tommy Boy, er hat leider nicht so viele Filme, aber über den konnte ich auch so, so viel lachen. Der war einfach nur sehr, sehr grenzgenial. Könnte ich auch mal so ein Best-of-Video mit ihm machen oder so eine Widmung machen. Ist ja auch leider sehr jung verstorben. Chris Farley fand ich aber auch super cool. Chris Rock fand ich auch sehr gut. Früher ist irgendwie auch total von der Bildfläche verschwunden. Genauso wie Chris Tucker, was ist nur passiert? Hey, eher Smokey in Friday, was habe ich gelacht? Oder eben auch, äh, in den ganzen, wie heißen die, Shanghai-Filmen, wollte ich schon sagen. Nur weil ich alle, äh, Jackie Chan gedacht habe. Nein, äh, Rush Hour. Aber so, meine Güte, ähm, die ganzen Namen, da kommt man ja auch mal durcheinander. Ja, fand ich auch sehr, sehr geil. Ist aber auch irgendwie total von der Bildfläche verschwunden. Und deswegen würde ich mich wahnsinnig über einen Rush Hour 4 freuen. Wir haben noch Dieter Krebs. Hier, Heinz Erhardt, Jack Lemmon und Walter Mattau. Jawoll, habe ich auch schon total vergessen. Richtig, meine Güte, habe ich auch sehr viel. Das war Comedy-Duo, könnte man auch sagen. Jetzt nicht so Comedy-Comedy. Aber die zwei haben auch super perfekt miteinander harmoniert. Und das Ganze hatte noch so einen gewissen Charme. Und man sieht, es ist, also ich kann auch über den Pipi-Kaka-Humor lachen, wie der Filmangler vorhin gemeint hat. Ich kann, äh, über Derben-Humor lachen, über Schwarzen-Humor lachen, über Intelligenten-Humor lachen, über Humor mit Charme. Es kommt immer auch auf die Situation und die eigene Stimmung drauf an. Und von daher, Jack Lemmon und Walter Mattau, super. Alle unter einem Dach mit Steve Urkel, fand ich auch fantastisch. Und finde es so mega schade, dass man das nirgendwo auch heute noch streamen kann. Kein Netflix, kein Prime, kein Disney, irgendwas. So, so schade. Und das gibt es nicht mal bei uns auf DVD. Ich weiß gar nicht, ob es das in Amerika auf DVD gibt. Bin ich überfragt. Aber das wäre mal was. Ich habe das echt geliebt. Ich habe das so geil angeschaut. Und dann noch mit dem, äh, äh, wo der sich in Stefan umgewandelt hat. Und mit dem Waldo Foldo da diesen einen Ding. Und seiner kleinen Chatter, dieser kleinen Karre und so. Mag ich das etwa? Ich fand es super. War teilweise, ja, am Schluss immer sehr morallastig. Aber es war einfach super sympathisch, äh, diese Sitcom. Über Charlie Sheen kann ich gut lachen, schreibt Blade Dynamite. Dann haben wir noch Cool Runnings. Geiler Film. Ja, allein die Idee, äh, war schon richtig geil. John Candy ist klasse. Ralf Rute wird hier noch vorgeschlagen. Jack Lemmon und Walter Mata. Geniales Duo. Richtig. Tommy Boy war der Hammer. Genau. Oder Sally James. Äh, King of Queens. Auch super. Und da bringt mich das vielleicht mal auf etwas, wobei dieser Livestream ja eigentlich schon dazu dienen soll, dass man vielleicht den einen oder anderen Film oder Comedian, Comiker, äh, kennenlernt, den man noch nicht so auf dem Bildschirm hatte. Ähm, dass man vielleicht auch mal so ein Film Empfehlungen Richtung Comedy mal macht. Ich finde, das kommt viel zu kurz. Ich weiß, das bringt wahrscheinlich nicht viele Klicks und so. Und die Leute stürzen sich dann immer, immer nur auf die ganzen Horrorsachen. Das merke ich selber auch auf meinem Kanal. Und vor allem, wenn man dann nicht der Meinung ist und so. Ähm, Thema Humor ist auch sehr schwierig. Kann man ja auch festgestellt. Aber ich finde so ein paar Empfehlungen, vor allem in der jetzigen Zeit, um den Leuten einfach eine gute Laune zu machen, hey, und sagt, hey, das kannst du dir angucken. Da kannst du vielleicht drüber, äh, lachen. Humor ist ja auch immer, äh, Geschmackssache. Der eine findet das lustig, der andere das stellen wir jetzt ja auch gerade im Livestream fest. Aber dass man da auch so ein paar Filmempfehlungen, ein paar Filme raushaut, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber doch vielleicht den einen oder anderen hier erheitern können. Das wäre doch mal eine geile Sache und nicht immer nur irgendwelche Horrorfilme, Actionfilme und sonstiges. Also, jo, finde ich eine gute Idee. Mal gucken, wie wir das Ganze umsetzen können. Vielleicht ja auch bei den Spoof-Filmen, wenn ich das mal schaffe zu machen. Ähm, aber ich denke, die richtig guten kennt sowieso jeder. Aber vielleicht ist die eine oder andere Perle noch mit dabei, äh, die vielleicht jemand lustig findet von euch. Man muss aber natürlich dann auch immer offen sein für diese Art von Humor. Beverly Hills, Ninja, war mega. Ja, oder auch die Coneheads mit Dan Aykroyd, Mr. Ed. Äh, in das fünfte Element war Chris Tucker super. Ja, fand ich auch. Und ich finde es so schade, dass man so wenig von ihm gesehen hat. Bill Murray, ja, wird hier vorgeschlagen. Finde ich auch heute noch immer lustig. Auch wenn ich den letzten Film, den ich mit ihm da gesehen habe, diesen Zombie-Film, leider total unlustig fand. Lag aber nicht an ihm, sondern am Stil des Regisseurs. Auch für diese Art von Humor muss man ja irgendwie erstmal offen sein. Und ich war dafür irgendwie nicht empfänglich. Also, so geht's mir. Golden Girls. Fand ich früher auch lustig, ja. Kevin Hart aus Jumanji und Ride Along. Kevin Hart hat sowieso auch so viele, äh, lustige Filme. Und, ah, da könnte man auch ein Best-of machen. Am Anfang fand ich ihn so ein bisschen nervig. Aber ich finde, er hat sich jetzt echt gut gefangen. Seine Witze sind wohl dosiert. Und sein Auftreten, vor allem im Zusammenspiel mit, ähm, Dwayne Johnson, finde ich geil. Das passt halt hier. Der große Muskelprotz und da unten der kleine, äh, Frechstacks. Der lustige. Diese Kombination passt ganz gut. Es muss ja auch immer dieser Kontrast sein. Deswegen hat auch, finde ich, Bud Spencer und Terrence Hill immer sehr gut funktioniert. Dann haben wir hier Family Matters, die komplette Serie von Robert vorgeschlagen. Parker Lewis, der Coole von der Schule, ist das geil. Was hab ich das früher angeschaut mit Kubiak? Hahaha. So geil. Äh, ich hab, glaub ich, sogar die ganze Serie hier. Ich fand diese Hemden immer extrem Porno von Parker Lewis, oder? Wisst ihr noch, diese knallbunten, öfters mit, äh, Blümchen und was weiß ich, verzierten Hemden. Die Friese und Ding und, ah, und, ja, ich fand's geil. Und die Muso, Miss Muso. Meine Güte, was wir jetzt wieder für Sachen eingefallen haben. Aber ist geil, ist geil. Das war echt die richtige Entscheidung, das Ganze hier live zu machen, weil ich hab mega Spaß. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe ihr auch, wenn ihr Spaß habt. Vergesst nicht, den Like-Button zu drücken. Ich hab das zwar hier nicht auf, aber haut mal hier auf den Like-Button, damit dieser Lachen ist gesund. Und Stream nach oben kommt und den Leuten auch in diesen schweren Zeiten ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen Ablenkung und Freude bereitet. So, jetzt geht's hier dermaßen wieder ab in dem Chat. Ich komme gar nicht hinterher. Ace Ventura, schreibt Mo noch. Dann haben wir Verrückt nach Mary. Fand ich auch lustig, fand ich auch lustig, fand ich auch. Obwohl ich ja Cameron Diaz so nicht mag. Aber das ist so einer der wenigen Filme, den ich mit ihr angucken kann. Wobei man da ja sagen muss, dass Ben Stiller und die anderen Nebencharaktere ja eigentlich den kompletten Film schmeißen. Aber das mit dem Hagel, ist das Hagel? Und das fand ich so geil, Alter. Oh, das war so cool. Ja, absolut kultige Szene. Die Golden Girls fand ich mega sexy. Au. Alles klar. Patrick. Gut. Die Lümmel von der ersten... Das passt irgendwie zu sexy. Die Golden Girls, zweideutig kann man das auch nehmen. Dann die Lümmel kann man auch zweideutig nehmen von der ersten Bank. Ach, dieser Apfelsaft mit Honig, der haut irgendwie rein. Zur Hölle mit den Paukern. Ja, ich habe alle Teile auf DVD zu Hause. Also, Pepe Niednagel fand ich echt grenzgenial. Ich fände ein Video darüber auch super. Über, ja, Comedy-Filme oder Comedy-Filme. Komödien im Allgemeinen. Wäre doch mal echt geil. Ich habe irgendwann mal meine Lieblingsschauspieler in diesem Bereich auch vorbereitet. Mit der Liste haben wir jetzt aber hier im Livestream abgearbeitet. Aber da machen wir definitiv mal was Lustiges. Fanboys fand ich persönlich auch nicht schlecht. Fand ich auch sehr gut. Clerks 1 und 2 von Kevin Smith sind geil oder Dogma. Das Lethal-Weapon-Duo. Auch geile Sprüche. Jawohl. Mel Gibson. Fand ich auch immer gut. Und, ja, ich bin so alt für dieses Scheiß. Ich glaube, das war in dem Film zum erlerersten Mal. Weiß ich aber nicht mehr genau. Joe Pesci als Leo Gatz. Ja, wo der noch dazu kam. Ich fand es so schade, dass nach dem vierten Teil irgendwie aufgehört wurde. Vor allem, weil da ja auch noch Chris Rock eingeführt wurde. Da noch so ein Deal. Oh, Joe Pesci, Chris Rock, Mel Gibson und Ding. Oh, Mann, das wäre eine Kombination gewesen. Und dann noch ein bisschen Action und, ja, ein bisschen coole Sprüche. Das wäre super gewesen. Also, das wäre echt geil gewesen. Lethal-Weapon 5 hätte sehr gut sein werden können. Fuck you, Goethe ist geil. Chantal, heuleise. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, was ist denn das wieder für eine Kacke. Aber als ich dann den Film gesehen habe, hat er mich voll überzeugt. Ich habe alle drei Teile hier. Ich finde alle drei Teile okay. Wobei der erste für mich immer noch der beste ist. Aber der Film ist echt sehr unterhaltsam für einen deutschen Film. Und fand ich echt mega cool. Robin Williams in Morg von Ork. Daddy's Home. Auch sehr geil. Habe ich mir zuletzt auch den zweiten Teil wiedergegeben. Joe Pesci ist sowieso der coolste. Twins Schwarzenegger und Danny DeVito. Ja, da haben wir auch wieder so ein ungleiches Duo. Und auch einfach nur geil. Danny DeVito war auch so ein Typ. Über den konnte ich mich mega kaputt lachen. Und fand das auch super, ihn jetzt mal wieder, wenn auch nur kurz, in Jumanji Next Level zu sehen. Super bad. Wird hier vorgeschlagen. Zuvor noch Jack Black. Aber super bad finde ich mega genial. Mega genial. Ich habe mich bepisst vor Lachen. McLovin. Allein McLovin und so. Wo er dann aufgehalten wird und so. Und da steht auf seinem Ausweis nur McLovin. Und dann der andere so. Wer bist du? Gar kein Vornamen, Nachnamen. Alter, habe ich gefeiert. Ja, wir müssen auf diese Party die Mädchen machen. Einen Riesenfehler heute Nacht, indem sie zum ersten Mal mit einem Jungen schlafen. Wir könnten dieser Riesenfehler sein. Es war so geil. Oh Mann. Also das war richtig cool. Family Matters ist ein Alle unter einem Dach. Gibt es in Amerika. Dann geht es weiter mit The Middle. Servus Manuel. Danke. Hat Spaß gemacht. Okay. Servus. Eis am Stiel. Vor allem Johnny den Dicken. Mein Gott. Was habe ich früher gefeiert über Johnny den Dicken. Ich durfte ja nicht immer alles gucken. Ich musste mich damals bei diesen Sexszenen immer umdrehen, als ich das zusammen mit meinem Vater geguckt habe. Weil der hat das auch sehr gerne geguckt. Kannte er noch aus seiner Jugend her. Vor allem die geile Musik und die lustigen Sprüche. Und dann bei den paar Sexszenen. Gut, die waren eh meistens geschnitten im Fernsehen. Aber dennoch musste ich mich ein bisschen umdrehen. Habe meinen Blick dann aber meistens immer hier gegen unsere Vitrine gelenkt. Und darin hat sich dann das Bild gespiegelt. Ja, war richtig geil. Aber hauptsächlich ging es halt um die lustigen Sprüche. Und der Dicke hat es immer abbekommen. Der hat immer die ganzen Schläge bekommen. Also es war richtig geil. Aber die Musik allein. Ah, Eis am Stil. Ich liebe es. Muss ich auch mal wieder gucken. Da könnte man auch so eine Review machen im Sommer. Also alle Teile 1 bis 8. Wir ranken alle Eis am Stil Teile. Und vom vierten Teil gibt es ja sogar noch einen zweiten Teil. Den ich aber absolut nicht empfehlen kann. Jo, jetzt nehme ich aber erstmal einen Schluck, bevor es hier weiter gilt. Dann geht es weiter mit Melissa McCarthy. Ich übersprühe mal ein, zwei Sachen. Dann haben wir noch in den 2000er war es Ben Stiller. Dann kam Will Ferrell. Was suche ich die ganze Zeit schon nach diesem Namen, der mir partout nicht einfallen will. Finde ich ein paar Sachen auch lustig. Die Eisprinzen fand ich auch lustig. Und er hat noch ein paar anderen. Der Knaz Coach ist lustig. Und vor allem eine der geilsten Komödien der letzten Jahre. Dessen Name mir jetzt wieder nicht einfällt mit Will Ferrell. Wie heißt denn das? Ich habe das doch letztens erst wieder angeguckt. Ich habe das letztens angeguckt. Ach, gib mir mein Handy. Das habe ich. Jetzt muss ich selber auf Letterboxd nachgucken, wie die Filme denn hießen. Das ist doch absoluter Wahnsinn, oder? Da wird doch die Schildkröte im Suppentopf geil. Jo, jetzt gehen wir aber einfach mal. Aber dafür ist Letterboxd echt gut, muss ich sagen. Ich muss mein Profil anschauen. Aber ich habe festgestellt, ich darf die Filme vorher nicht bewerten. Hier bei Letterboxd, bevor ich meine Review nicht dazu gemacht habe. Weil das spoilert. Und viele von euch gucken hier schon nach. Ja, was hat der Manuel denn angeguckt? Und dann schauen sie sich vielleicht die Review gar nicht mehr an. Ah, und da haben wir es. Old School. Bam, das ist eine Komödie. Wenn ihr euch das Streamen, Line oder sonstiges irgendwas könnt, streamt es, light es, kauft es. Definitiv blinde Empfehlung. Auch noch mit dem Blue. Und ich sage nicht viel dazu, außer wir flitzen für alle, die den Film kennen. Das ist mal eine Empfehlung, Freunde. Wie heißt er? Old School. Ja, Superbad bringt mich jetzt immer noch durcheinander mit dem McLovin. Yo, Seth Rogen. Danach ist irgendwie nicht mehr viel gekommen. Ja, alle unter einem Dach. Kam im Original unter den Namen Family Matters. The Complete Serious raus. Danke, liebe Monika, für die Richtigstellung und Information. Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen, fand ich auch Louis Defunet. Aber hier dieser Louis mit dem Ding, mit dem Brrrr, 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 Brrrr. Wo sie dann zusammensitzen und dann voll umeinander hier die Pfürze raushauen mit diesen Kohlköpfen. Und, ah, richtig geiler Film. Wie er sich immer auch bettelt mit seinem Nachbarn. Und zum Schluss essen sie dann diese leckere Salami und diesen Wein und diesen Ding. Und, ah, das ist ein richtig geiler Film. Louis Defunet ist sowieso auch so ein kleiner Choleriker, der immer abgegangen ist und so. Und, hasch mich, ich bin der Mörder mit ihm. Mmh, super geil. Und natürlich dann diese Gendarm von Saint-Tropez-Reihe. Super, absolut super. Danny Glover. Yo, manchmal fallen mir die Namen nicht ein. Aber dafür haben wir ja unseren wundervollen Chat. Die Bad Boys sind auch amüsant. Und der Film ist absolut super. Irgendwas habe ich dann hier wieder übersehen. Aber ich muss mir jetzt erstmal hier ein Bierchen einschütteln. So. Ah, mein Mund. Ich quassle mir hier echt ein Loch ins Bauch. Aber es macht gerade richtig Spaß. Und das müssen wir ein bisschen ölen. Mmh. So. Mmh. Schaum vom Mund. Okay. Dann geht es weiter mit Bad Taste. Früher. Tom und Jerry. Geil ist so. So geil. Äh. Blast. Wo die Büffel rohren. Das klingt schon wieder irgendwie total. Zweideutig. Bad Neighbors haben wir hier. Fand ich auch richtig klasse. Ähm. Dann ist er jetzt wieder hier runtergesprungen. Aber wir kommen langsam hier auf eine Höhe. Stiff Master. So schaut es aus. American Pie. Richtig geile Sache. Dann haben wir hier noch. Zieht euch mal Polen am Bau rein. 15 Minuten. Abmachen. Abmachen. Ablachen. Tipp ich mal. Garantiert gibt es auf YouTube. Werden wir mal nachher hier in die Liste. Äh. Liste. In die Suchliste eintragen. Und dann mal gucken. So. 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 Die Brüste heimlich im Spiegel beobachtet. Nein. Ich habe nur den Hintern vom Dicken heimlich im Spiegel beobachtet. Nein. Spaß. Natürlich. Hallo. Wer hat das nicht gemacht. Reine Nervensache wird dann hier noch vorgeschlagen. Finde ich auch super. Teil 1 und Teil 2. Sehr geil. Habe ich in so ein Double Feature. Könnte man auch mal wieder gucken. Man sieht das. Diese Komödien werden irgendwie total sträflichst vernachlässigt. Was ist da los? Müssen wir mal wieder starten. Stiflers Mom. Und dann. Oder in Two Broke Girls. Yo. Two Broke Girls fand ich auch so die Serie nicht schlecht. Also. War okay. Konnte man sich geben. Konnte man auch in Sturm gucken. War in Ordnung. Hot Rod. Auch eine Judic Comedy. Pornorale macht eine Sitcom. Ja. Das wäre mal was. Am besten wieder. Es ist wieder Montag. Es ist wieder 19 Uhr. Und die heutige Folge fällt wieder auf. Nein. Spaß. Ich mag ihn. Das Hangover Trio war auch geil. Im tiefen Teil der Super Hexen. Okay. Russ Meyer Filme. Hätte ich jetzt nicht so mit Comedy in Verbindung gebracht. Eher was anderes. Jetzt fällt mir spontan noch Heinz Becker ein. Okay. Wer kennt eigentlich noch die drei Damen vom Grill? Ich leider nicht. Russ Meyer geht immer. Joa. Dann haben wir noch reine Nervensache. Ja. Mit Robert De Niro und Billy Crystal. So. Meine Fresse. Eis am Stiel. Mit den vier Filmjunkies. Gerade als Johnny wäre doch ein geiles Remake. Ja. Eigentlich waren es drei. Aber später kam ja noch der eine dazu. Mit der Brille. Stimmt schon. Bin mal gespannt. Welcher ich wäre. Von diesen Dingen. Ich wäre der mit der Brille. Der fad ich auch Lust. Ich will nicht sein, der sich dauernd verknallt. Und im Frauenaufreißer bin ich auch nicht. Passt nicht. Wer kennt Mac Gruber? Van Thomas. Jo. Baldwin, der Sonntagsfahrer. Und die komplette Van Thomas Reihe. Wobei die Van Thomas Reihe ja nicht so für den Humor stand. Bei Louis de Funès. Sowieso grenzgenial in seiner Rolle. Aber die Filme haben richtig so einen großen Unterhaltungswert. Waren auch ein bisschen spannend. Ich fand es mal total anders auch. Und habe ich sehr, sehr gerne geguckt. So. Jetzt kommt mal wieder eine Berichtigung. Hier. Cinemanuel. Du hast da was verwechselt. Der Film mit dem Alien und dem Besaufen heißt Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Und vorhin ging es Louis und die außerirdischen. Meinte er nicht das? Oder ging das um diese Saint-Tropez-Reihe, wo die Gendarme eben hier auf diese außerirdischen Treffen. Auch natürlich geil. Vor allem mit seiner Frau immer, wo es da diese elektrischen, wenn sie sich geküsst hat, gab es die elektrischen Stromschläger am Anfang, wo er sich kennengelernt hat. Fand ich cool. Und diese Nonne. Kennt ihr? Wisst ihr noch? Eine Nonne in dieser komischen Ente. Ich fand das immer so geil. Die so halsbrecherisch umeinander gefahren ist. Ja, war schon geil. Stapelfahrer Klaus habe ich auch da. Sehr gut. Scary Movie 1, die Wutprobe. Dann haben wir noch Come Fly With Me. Harry und Sally mit Bill. Harry und Sally mit Bill. Crystal und Meg Ryan ist auch ein sehr schöner Film. Vor allem, wo es dann um diesen vorgetäuschten Orgasmus ging. Das hat ja damals voll die Welle gemacht. Ich glaube, bis dahin haben wir Männer immer gedacht, wir sind voll die Hengste. Und dann wurde uns zum ersten Mal klar, hm, das könnte ja alles auch nur vorgegaukelt sein. Tja, so ist das, ne? Erschütterung bis ins Knochenmarkt. Aber danach, scheiß drauf. Ein Trottel kommt selten allein. City Slickers mit Billy Crystal. Ja, Billy Crystal, man merkt es früher. Sehr viel tätig gewesen. Aber gut, die Zeiten sind vorbei. Keiner wird jünger. Flotte Teens. Jetzt ohne Jeans. Echt? Ist das nicht flotte Teens in engen Jeans? Oder? Ja, da vertausche ich wahrscheinlich auch wieder was. Dudu, der tolle Käfer. Wurde hier vorgeschlagen. Und dann haben wir noch, es ging um Luis und seine Begegnung mit der Ausländer. Die Nonne kann echt gut Auto fahren. Ja, die Flotters. Hippopot, da haben wir auch wieder so einen dieser Spoof-Filme. Donald Trump. Er ist immer gut für einen Witz, der Typ. Habt ihr das gehört, wo er das rausgelassen hat? Mit, man sollte sich doch jetzt, was war's? Desinfektionsspray initiieren. Weil, äh, das würde helfen gegen Corona. Oder doch irgendwie UV-Licht. Ich meine, ich frage mich, hat der keine Berater? Oder scheißt der irgendwie total auf die und sagt, ihr könnt mir hinschreiben, was ihr wollt. Eure Rede könnt ihr euch sparen. Ich bezahle euch trotzdem dafür. Ich haue jetzt einfach mal einen raus. Aber das mit diesem komischen Insekten-Spray, wollte ich schon sagen. Desinfektionsspray und mit dem Licht. Meine Fresse, da hat er mal wieder einen rausgehauen. Half-Baked. Half-Baked. Richtig geiler Film. Halby. CB4. CB4. Ist aber auch mit Chris Rock. Ich hatte das damals voll vergessen, dass Chris Rock hier mitgespielt hat. Habe ich CB4 auf DVD? Weiß ich nicht. Habe ich damals aus der Videothek gelesen. Und ich glaube, das ist sogar ein Film ab 18, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Also, Wahnsinn. Und hier geht's ab. Donald Trump. Ja, wenn das nicht der Präsident von Amerika wäre, wäre es ja eigentlich schon lustig, was der vom Stapel lässt. Aber so ist es schon etwas besorgniserregend. Also, schon übel. Bleichmittel, Spritzen, Schaum, der hat 70%. Ach, der wegen dem Alkohol macht der das. Jetzt wirst du mir das. Ja, das können wir auch anders herkriegen. Schluckimpfung gegen Corona hier. So, High mit Redman und Method Man fand ich auch so geil. Police Academy, die Filme, fand ich auch super. Zum Schluss sind sie natürlich immer ein bisschen schwächer geworden. Aber am Anfang natürlich Mahoney. War richtig, richtig geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie hieß denn? Nur die Schwarze mit dieser Piepsstimme. Wie hieß denn? Und der Hightower hat die doch immer so gemocht. Immer im Schufz genommen. Der Hightower war auch killergeil. Oh Mann, Police Academy war dann. Und Mauser, Captain Mauser. Und Brother. Ja, also das war schon richtig geil. Könnte man auch mal wieder gucken. Verdammte Axt. Warum hat der Tag nur 24 Stunden? Jetzt merke ich's. Fuck auf Horrorfilme. Ich schau jetzt nur noch Comedy-Sache. Shit. Machen wir weiter mit Kevin und Perry. Friday und Next Friday fand ich auch sehr geile Filme. Auch Houseparty. Die Zigarre von Bill Clinton, die hatte auch ihren Spaß. Hooks. Danke. Die TV-Freak-Lady. Hooks. Ja. Oh, geil. Mann, wie euch das immer so schnell einfällt. Ich weiß das nicht. Aber gut. Tackleberry. Alter, Tackleberry. Genau. Meine Fresse. Oh ja. Das müsste man echt mal wieder sich reinziehen. Und auch die ganzen Kifferfilme. Ja, waren auch gut. Auch die Deutschen waren nicht schlecht. Mit Moritz Bleibtreu. Lombok habe ich gesehen. Lombok. Den Nachfolger habe ich noch nicht gesehen. Freaky Friday. Hops macht Ferien. Manuel macht jetzt mal einen Schluck aus der Pulle. Ah, richtig lecker. Und, jo. Jetzt sind wir aber arg abgedriftet. Jetzt schauen wir, dass wir hier diesen Tag noch zu Ende bringen in der Zeit. Ich habe ja gesagt, von 10 bis 12. Frühshoppen sollte nie länger gehen. Also, reicht auch vollkommen. Morgen machen wir sowieso wieder einen Livestream mit Wochenrückblick. Und können auch über diverse Filme quatschen. Aber hier, guck mal jetzt mal, dass wir den zu Ende bringen. Frage Nummer 17. Aber ich glaube, den kriegt man schnell irgendwie rum jetzt das Ende. Kommt eine Frau beim Arzt. Magst du Flachwitze? Flachwitze? Äh, Flachwitze. Magst du Flachwitze? Und wenn ja, welcher ist dein Liebster? Tja, das war schon mein Liebster. Ich halte mich da jetzt komplett raus. Witze haben ja so nicht funktioniert. Jetzt würde mich aber interessieren, falls ihr einen guten auf Lager habt. Ich finde diesen Sinn in Meinung mit seinen versauten Anspielungen recht. Aber das kenne ich nicht. Gibt es den auf YouTube? Muss ich mal abonnieren. Ja, Flachwitze. Vorhin haben wir drüber gesprochen, dass einige von euch auch mit Dieter Krebs, wollte ich schon sagen, Markus Krebs, was anfangen können. Aber meint ihr, mir würde jetzt irgendwie einer einfallen? Irgendwie total gar nicht. Aber ich mag Flachwitze. Ich kann sehr drüber lachen. Einfallen tut mir jetzt keiner. Falls euch einer einfällt, könnt ihr mir das jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Ich warte jetzt einfach mal ab. Jetzt wird wahrscheinlich gegoogelt. Google Flachwitze. Bitte unter gleich Copy und Paste. Nein, könnt ihr gerne machen, aber haut mal einen drauf. Ich mag schon Flachwitze. Aber man muss auch bedenken, so wie bei den Movie Warriors und so, man ist da auch megamäßig aufgeregt. Man hat es gesehen, über 150 Leute gucken einem da live zu. Und dann ist man auch angespannt, vor allem hier wegen der Technik. Ein Tag zuvor ging der Computer aus mitten im Stream. Ich habe so viel im Kopf gehabt an diesem Abend. Deswegen auch manchmal ein bisschen angestrengt geguckt. Ist ja euch auch nicht verborgen geblieben. Aber wenn man dann wirklich so viel im Kopf hat. Technik, Witze, Bilder hin und her und Szenenwechsel. Ist schon schwierig irgendwie. Habe ich schon festgestellt. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ich einfach nur Moderator machen kann. Bin ich ganz ehrlich und mich auf das konzentrieren kann. Wird cool. Und jetzt so einen lockeren Livestream hier raus. Wo man jetzt nichts groß einblenden muss und sonstigen Quatsch. Sondern einfach frei Schnauze labert. Und mit euch zusammen hier ein bisschen seine Stimmung aufheitert. Gibt nichts besseres eigentlich. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir jetzt ein paar lustige Sachen hier im Chat haben. Liebe Witze unter der Gürtellinie ist dir sicher noch nicht aufgefallen. Rollt eine Kugel ums Eck und fällt um. Habe mir die Hardbox gefunden. Das ist ein guter Witz. Hat jemand den Film? Blablabla. Leute, wir wollen doch Flachwitze hier. Treffen sich zwei Ständer. Ne, zwei Jäger. Oh Gott. Was habe ich denn jetzt gerade gelesen? Scheiße. Treffen sich zwei Jäger. Jetzt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. War auch irgendwie. Jetzt fällt mir einer. Treffen sich zwei Kondome. Sagt der eine zum anderen. Mann, war ich voll gestern. Ist auch so ein Flachwitz. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, mich nimmt keiner. Was sagt der Arzt? Der Nächste, bitte. Flachwitz geht um die Ecke. Was fehlt? Der Witz. Alter, diese Witze. Kennt ihr die noch? Ja, kauft ihr eine Tüte Witze. Kostet fünf Geld. Hat mir viel gehäuft. Und der ganze, bäm, eine Tüte Deutsch. So war das. Ja. Oder gehen zwei Tomaten über die Straße. Wird die eine vom Auto überfahren. Sagt die eine, hi Tomate. Die andere, hi Ketchup. Oh. Ähm. Kann ich empfehlen. Warst du früher mal Kiffer? Nein. Hatte dein Poster entdeckt? Nein, das sind Minzblätter. Ein Flachwitz bestellt bei Amazon 10 Stierbox. Stellen frei hintereinander. Ja. Das stimmt definitiv. Dann haben wir noch. Max tippt seiner Freundin auf die Brustwarze. Was machst du da? Ich klingel. Es will unten einer rein. War der nicht von Mario Bart? Kann das sein? Wieso wird im Winter so wenig auf Baustellen gearbeitet? Bei Frost platzen doch die Bierflaschen. Hahaha. Das stimmt. Ähm. Wobei. Wobei. Ja. Marco verabschiedet sich. Schönen Tag noch. Schönen Sonntag noch. Marco. Wenn Monster schlafen gehen, schauen sie unterm Bett nach, dass kein Chuck Norris drunter liegt. Also ich kann über die Chuck Norris heute noch lassen. Ich finde das voll geil. Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris alle. Ich finde den immer noch geil. Ja. Sucht Mann mit Pferdeschwanz. Friseur. Egal. Achso. Suche Mann mit Pferdeschwanz. Frisur. Egal. So. Man muss ihn noch richtig lesen. Dann checkt man auch den Witz. Hahaha. Jo. Hahaha. Hahaha. Der war echt gut. Der war echt gut. Ja. Man muss ihn nur richtig vorlesen. Manuel, du Bauer. Hahaha. Hahaha. Gibt es ja auch den Spruch, einsamer sucht einsame zum einsamen. Hm. Kennt ihr? Ne. Den mit dem Soda erzähle ich jetzt lieber nicht. Mir fallen jetzt schon wieder tausend Witze ein, aber ich erzähle kein mehr. Ne. Vergiss es. Pferderennen, wenn der Metzger kommt. Jo. Okay. Lassen wir das mit den Flachwitzen. Kommen wir zu Nummer 18. Hm. Erzähl uns deinen Lieblingswitz. Kennst du den? Meinen Lieblingswitz. Ich habe ja da schon ein paar rausgehauen, die eben erzählt. Aber ich kenne noch einen. Ich kenne noch einen guten. Wartet mal. Ich nehme mal einen Schluck. Also ich glaube, der ist gut. Aber den erzähle ich jetzt, weil wir kommen eh zum Ende hin. Von der Zeit her passt. Es ist nur noch eine Frage da. Eigentlich nur noch zum Schluss andere Leute taggen. Haben wir ja. Ich habe euch getaggt. Und jetzt schauen wir mal. Ich komme nachher auf eure Witze nochmal zurück. Haut es ruhig rein. Ob ich diesen Witz nochmal hinkriege. Einen meiner Lieblingswitze. Also pass mal auf. Wir haben ein älteres Ehepaar schon gut 50 Jahre verheiratet. Also richtig alt. Und es geht auch schon nahe dem Ende zu. Und da sagt sie zu ihm. Du sag mal. Du hast da oben auf dem Dach so eine Truhe. Die versteckst du eigentlich schon. Unser ganzes Eheleben von mir. Aber natürlich ist sie mir aufgefallen. Magst du mir nicht sagen, was da drin ist. Und er denkt nach. Ja okay. 50 Jahre Ehe. Es geht eh dem Ende zu. Jetzt können wir eigentlich die Katze aus dem Sack lassen. Sagt er. Okay. Komm. Wir gehen beide hoch. Gehen die beide hoch auf den Dachboden. Da ist die Truhe. Er sagt zu ihr. Willst du es wirklich wissen? Sie so. Ja ja. 50 Jahre verheiratet. Was soll unsere Ehe noch erschüttern? Kein Problem. Also gut. Er macht die Truhe auf. Sie schaut rein. Dann liegen da drei Eier. Eier und 50.000 Euro. Schaut sie so rein. Drei Eier. 50.000 Euro. Kann nichts damit anfangen. Fragt sie ihn so. Du. Sag einmal. Warum sind denn eigentlich da die Eier drin? Sagt er. Ja meine Liebe. Jedes Mal. Wenn ich dich betrogen habe. Habe ich ein Ei genommen. Und in diese Truhe gelegt. Sie schaut so rein. 50 Jahre. Drei Eier. Ist nicht schlimm. Okay. Verzeih dir. Und wofür sind die 50.000 Euro? Sagt er. Ja weißt du Schatz. Jedes Mal. Wenn die Truhe voller Eier war. Habe ich die Eier verkauft. Ja den fand ich immer noch gut. Könnt mir ja in die Kommentare schreiben. Ob ihr den auch gut fandet. Oder auch wieder zu lang. Er war ein bisschen lang. Aber manche Witze müssen sich einfach ein bisschen so entfalten. und ich hoffe den fandet ihr nicht schlecht. So und während ihr euch jetzt hier austoben kann. Könnt in den Kommentaren. Schaue ich mir eure nächsten vorgeschlagenen Witze an im Chat. Da waren wir glaube ich bei Blade Dynamite. Geht ein Cowboy zum Friseur. Kommt er wieder raus. Pony weg. Chuck Norris wirft in Call of Duty ein Messer. Und trifft jemanden in Battlefield. Gott sagte es wäre der Licht. Chuck Norris meint. Sag bitte. Wieso öffnet eine Blondine den O-Saft im Supermarkt? Weil er auf der Lasche steht. Hier öffnen. Ja. Und wieso sitzt eine Blondine auf der Heizung? Weil auf der Heizung steht. Heizung leckt. Ja. Im nächsten Leben will ich ein Staubsauger sein. Es wird dir ständig ans Rohr gefasst. Der Sack regelmäßig geleert. Und wenn ich Glück habe. Werde ich von der Nachbarin ausgeliehen. Gib ihm noch eine Chance. Gib ihm noch eine Chance. Ja genau. Chuck Norris könnte mit Schalke Meister werden. Na. Na. Ja. Das war doch gut. Achso. Wird es auf mich bezogen. Der war klasse Manuel. Ja Gott sei Dank. Nicht ganz der Rohrkrepierer. Freut mich. Freut mich. Freut mich. Freut mich. Bin gespannt. Was jetzt von euch noch so in dieser Richtung kommt. Könnt gerne noch ein, zwei Witze raushauen. Frühshoppen maximal bis 12. Immer so zwei Stunden. Ihr wisst Bescheid. Also wundert euch nicht. Wenn wir dann zeitnah zum Ende kommen. War definitiv ein geiler Tag. So hat das am meisten Spaß gemacht. Das war wirklich. Vielleicht mache ich den nächsten Tag auch live. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber hier das Humorvolle fand ich richtig cool. Diesen Austausch. Hinweis nochmal. Morgen Livestream ab 20 Uhr. Wochenrückblick. Und dann reden wir auch noch ein paar über noch ein paar Filme. Die ich mir zuletzt angesehen habe. Ein paar Film Reviews. Ein paar Film News. Und dann Donnerstag ab 20 Uhr. Nicht vergessen. Stream in den Mai. Früher tanzt in den Mai. Wir streamen in den Mai. Hoffen, dass der Manuel bis dahin 5000 Abonnenten hat. Es gibt fünf Preise zu gewinnen. Und es werden diverse Kollegen und Freunde am Start sein. Hoffentlich ihr hier auch. Würde mich freuen. Ja, dann sehe ich im Chat kommt jetzt auch nicht mehr so viel. Ich müsste mal gucken. Ich könnte eigentlich hier rüber gucken. Wir haben gute 50 Leute hier, die am Start waren während des Chats. Ist ja mal mega geil. Das am Sonntagmorgen. Ein vertreibt Kummer und Sorge. Stream ist klasse. Vielen herzlichen Dank. Danke nochmal an dieser Stelle im Allgemeinen für eure ganzen positiven Kommentare unter den Videos. Finde ich klasse. Und ja, mit dem Tag habt ihr euch sehr anfreunden können. Und Distanz in den Mai. Ja, der war geil, Björn. Distanz in den Mai. Morgen seid ihr auf jeden Fall dabei. Freut mich. Da gehen wir ein paar Videos von mir durch. Wie gesagt, da gibt es ja ein paar Themen, ein paar Filmreviews. Da kann man gerne drüber reden. Noch ein paar andere Filme, die ich mir angeguckt habe. Lasst euch nicht spoilern über Letterboxd. Also ich habe das schon festgestellt. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber wenn ich es dann nicht sofort immer eintrage, dann vergesse ich es irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Und ja, dann nehmen wir hier noch auf jeden Fall einen Witz mit. Vom Wikimetaler. Warum dürfen Beamten kein Viagra nehmen? Weil sonst zwei dumm herumstehen. Definitiv geil. Definitiv geil. Und ich würde sagen, mit dem Witz beenden wir auch den heutigen Livestream. Diesen gute Laune. Lachen ist ansteckend. Livestream. Es hat mega, mega, mega viel Spaß gemacht, Freunde. Es war super geil. Wetter ist toll. Ich werde jetzt noch grillen. Denkt daran, nächste Woche Vlog. Vlog auch auf Kanal. Phänomenal. Jede Menge Videos. My Bog Tasting habe ich auch hinter mir. Drei Tage lang gedreht. Fast zwei Stunden dauert das Video. Kommt nächste Woche auch online. Also volle Dröhnung nächste Woche. Und jetzt reicht es dann auch wieder mit Cinema Anuels. Und ich wünsche euch allen zusammen einen wunderschönen Sonntag. Genießt den Tag. Genießt die Sonne. Viel Spaß bei dem, was ihr alles macht. Und danke ganz herzlich fürs Mitmachen. Drückt den Like-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns an morgen Abend wieder. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und Servus.